Wo liegt denn dieser Vengard-Veng-Nummer? Goddamn Echoes! Screw you, Firefox! Ähm... Riot Client... Ne, wo liegt denn dieser Vengard-Veng-Nummer? Den kannst du nicht separat starten, Tobi. Ja, ich weiß, ich will ihn trotzdem finden. Äh... Users irgendwas. Und der User liegt ja. Ja, ein ganz ganz komischer Fahrt. Ähm... Ähm... Vengard... Dateifahrt öffnen... Ah ne, unter Programme ist das Ding. Programme auf der Office-Platte. Beziehungsweise da, wo du's installiert hast. Bei mir hat das ja so gespeichert. Weil dann Spasti war. Anfalls Riot Vengard. Hat das bei mir installiert. Ich weiß nicht, wie's bei dir aussieht. Wahrscheinlich auf der anderen Festplatte dann. Alter... Raze und Reina spämen gerade ihre Ults so durch. Doch da, Raze Vengard. Kann ich? Kann ich nicht zuschauen, okay. Man hat ja hier nie Ruhe! Natürlich nicht Annalena! Ja! Bäh! Niemals! Die drei hintereinander bei derselben Person gewonnen. Also den nächsten dürftest du wiederbekommen. Okay, Challenge accepted! Äh... Problem ist... ... ... ... ... ... Das ist alles gut, ne? Wow! Was lässt man auswahlverzeichnen da oben in der Ecke? Platform-Status Deaktivierte Waffen-Skins Aufgrund eines Fehlers können bei Level 2 bis 7 die Skins Ghost Sovereign aktuell nicht gekauft werden Dieses Problem wird demnächst behoben Ja... Very interesting! Ruf, du meinst ich verliere gleich dreimal gegen Annalena hintereinander Ja, richtig! Damit sie gleich ein, äh... Erfolgserlebnis Ja, dann muss ich schnell den, den... Ähm... Rumble Ranger raus dort Naja, da muss ich kurz bezüglich, das heißt der Chatbot ist auch ganz kurz aus Ohhhh Habe Head-Trick! Ja, dann mach doch schnell die Challenge fertig, dann tue ich schnell neu starten Scheiß... Valorant, Alter, mit diesem Vanguard Scheiß, was ist denn das? Woop Ja, war ja klar So... Der Head-Trick ist da! Okay, Head-Trick Number One haben wir durch Annalena Der nächste kommt dann nach Tobis Neustart Bis gleich! Oh well... Wo war die denn eigentlich nochmal hin? Ah, vielleicht super... Gute Frage, hab ich auch nicht mitbekommen Ich hab's echt nicht mitbekommen, also... Du weißt was jetzt? Glaube ich im Flur oder drüben im Wohnzimmer Ja, da kann ich noch... Ja, wie die Technik momentan richtig schon rumspinnt bei jedem! Schade, geht nicht mehr... Sorry, Stream ist offline! Was für... Ich würde gerne... Temperatures... Fans sind mir relativ, die höre ich sowieso... Nein! Kevin, nein! Kevin, nein! Kevin, nein! Nein! Oh, hi! Hi! Oh, hallo! Alter, ist einfach so heiß beim Scheißen! Hey, Collections, we didn't want to know, well okay! Ich weiß nicht, warum das ist wirklich arschheiß! Willkommen zurück, Tobi! Nachher im Übrigen! Hey, Tobi, kann's sein, dass Gewerte grad gar nicht erinnern ist? Ich seh's nun so! Es gibt auch kein Rank momentan! Es gibt noch kein Rank! LOL, was ist gern? Wir kommen auch schon seit drei Tagen durch! In-Vide-Annehm ist sowas, das fühlt so'n Boomer-Kev nicht! Ah, ne! Oh, du bist immer noch am Briket-Essen! Weder noch! Ich mach grad meinen Screen fertig! Sondern? Da hab ich was grad rausgetappt! Point! 18.000 Punkte, ey! Du kriegst jetzt aber keinen Kredit mehr hier von mir! Kann ich mal einkriegen? Hä? Wie viel hast du denn? Ja, guck doch! Oh ja, moi! 178, genau! Bist du für einen? Eif! Nee, es gibt einfach keine Kredite mehr! Warum geb ich eigentlich Kredite her? Mein Lieber, das entscheidest nicht du, das liegt in meiner Anwerte, stimmt! Das ist ja auch die Punkte-Königin-Lul! Lul? Sie entscheidet, wer Punkte kriegt und wer sie abgezogen bekommt! Tobi, bei mir bist du noch in der Runde Zeckernsturm 0-0! Ja, moin! Kannst du mir nachschreien, Gitte? Also kannst du die Einladung annehmen, Gitte? Ich hab dich eingeladen bei mir! Woll! Weil ich hab auch Dieter und Kevin in der Gruppe! 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Vollfall! 5. 5. 7. 7. Tear! Ex-1. 7. 5. 10. 10. 10. 10? Patrick ist vorbei, danach geht´s nur noch Down Under, okay. Scheiße! Bist du wieder live? Ja, ne? Ist das gerade die Treppe runter? Naja, ich bin live. Nein, nein, nein. Dann hat sich mein Tablet gerade aufgehangen. Weil mein Stream hängt auf dem Tablet immer noch. Easy. Aber trotzdem Timeout 20 Minuten. LOL. Ich würde nicht sagen, dass Tobi live ist, wenn alle schon im Chat wieder weiterschreiben. Ne, 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 ne. Man kann ja auch im Chat schreiben, ohne dass er live ist. Ne, 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 ne. Jetzt seh ich auch endlich wieder Tobi live. Wie er gerade auf seinen anderen Bildschirm guckt, so wie ich auch. Ich müsste eigentlich das Tablet mal auf die Seite kriegen, aber... Ist zu weit weg. Das Version hat nicht übereingestellt, das war gerade echt der beste Move. Tobi, ich hab dir Beiflussanfrage geschickt, oder entwalten mich mal. Ja, ich kann den nicht einladen. Kann einer von euch ihn einladen? Wen? Arne? Und Dieter? Und... Sonst macht doch noch mal ne ganz neue Gruppe, Tobi. Obwohl, hä, wie ist Dieter denn gerade bald reingekommen? Ja, weil Arne Tobi mich eingehalten hat. Ja, ich war nochmal ne neue Runde so. Kevin einladen, Dieter, Arne. Das hab ich Arne bekommen. Auf'n Handy uns beiden zuschauen? Nee, ich glaub das äh... Multistream fürs Handy gibt's nicht. Nee, das ist... Oh, ich war mir da drauf. Hallo, Luis! Mensch! Wir sind eh noch warten, Luis. Auf wen? Auf wen? Auf Tobi, der hat gerade ein Band kassiert, weil er mittendrin rausgeflogen ist. Wie lang? So... Katja... Ne, war der Arne? Geh du mal? Ne, noch 5 Minuten. Nein, ich hab meinen Platz da. Ne, ne, Arne, geh du mal rein? Nein, nein, nein. Doch, doch, geh mal rein. Hm? Ich will noch was testen. Wo bist du denn jetzt? Luis, wo bist du? Nee, wo bin ich? Da ist er doch. Doch, er hat direkt den Skin, Junge. Arne hat er doch gesehen. Was willst du jetzt testen? Dieter, geh du mal ins Angreifer-Team. Für Arne. Lass uns ruhig ein 3 für 1 machen, Tobi. So wie gestern. Wo sind wir letztens? Was soll ich ins Angreifer-Team gehen? Ich hab keine Ahnung, von was du redest. Du gehst oben auf eigenes Spiel. Ich weiß auch nicht, was Tobi gerade vorhat. Er will jetzt Gameplay-Streamer machen, weißt du? Er will wieder Kommentar drum machen. Back to the good old screenings. Wo soll ich auf eigenes Spiel gehen? Was willst du? Er geht oben auf Spiele. Oder Play. Da ist dann so eine Lobby-Anzeige. Leider. Das nervt doch nicht. Oh Gott, das hört mich jetzt schon wieder mal. Wenn ich jetzt hier fettchips mache, oder? Nö. Das hört hart. Weißer das schlimm ist Luis. Ich habe auch noch Chips neben mir stehen. Ja, bei dir hört man es. Bei mir hört man es wirklich. Bei mir hört man es wirklich. wenn ich da drin rumwühle doch doch der krabbe pizza ist die pizza die ist knusperrecht das sind keine briketts mal richtig stolz machen aber ich schuld alles ok jan er wird nichts angezeigt nur weil ich weil ich meinen anderen charakter spiele wie moment ja eigentlich schon muss man was anderes machen hier ich verstehe nicht was toby hat vorhat alles ok ahne ja ja ich bin weniger nerviger als deine stimme aber auch nicht bei mir steht oben guardian und angezeigt ist die autoschrote ja moin ich bin nur einer zeit oder wie machen wir das ja alter hier die ganze zeit bei mir im chat rein alter ich hab nicht mal zwei monitore da ja eigentlich kann man dazu sagen nee bei louis nicht wie kevin macht dann aufs bett dieser macht dann auf uns ja die spielen frenzy die planten auch noch auf b alter was falsch mit euch keine ahnung was falsch bei dir das nicht auf b bist wir laufen im kreis war noch versuche nach euch ja ein gegner über die spieler spieler auf geht's ja uff uff louis er wird mir nicht das geht dann bin ich wieder die böse und das wollen wir ja nicht du arsch bei louis ist du arsch let's go dita nice oh dita junge die maschine alter du musst aber besser kommentieren du ja warte da muss ich mich aber kommentieren vielleicht hätte ich auch einfach reina spielen sagen du meinst du bist doch broken ja dann hätte ich jetzt mit 45 ap gespielt und nicht mit 40 so hab ich jetzt wieder den aktuellen chat hab ich ja ja kevin hat halt die op strat gemacht da konnte ich nix machen op strat naja ja op strat man kann um die ecke stehen und drauf halten oder was 90 grad hatte kevin sicher ja das ist halt wie man piekt hab ich noch nix für wenn du darauf nicht klarkommst ähm ich hab da was gehört ne letzter leben das wie wenn ich wo nicht drauf klarkomme kevin schade ne hast du alles klar bei dir? ich bin nachladen und ums Eck gehüpft er hat in dem moment angefangen orb aufzusaugen Ja, ich hab mich da vertippt Danke Kevin Ich hatte leider den... Zeigefinger an die Stadt auf D auf F weil ich eigentlich die Kugel nehmen wollte aber dann kamst du um die Ecke und wollte eigentlich zur Seite gehen und hab dann F gedrückt stattdessen das war ein bisschen unvorteilhaft Ah Oh, ist... Ach Gott, ich bin so dumm I feel you Kevin I'm in, you know Mh Wir wenden... Kein Bitches Sheesh, sorry Dann push halt Ein Gegner übrig Ah, Dieter mit der Flash, da machst du nix Aber der hat 107 bekommen Letzter lebender Spieler WTF? Aber was ist das andere Kind? Das andere Kind sitzt wieder auf Catwalk und nimmt den auf Pass auf, Amos zwar grad nicht so geil, aber... So, jetzt sei es nochmal angepasst Angepasst Na gut angepasst, das... Lauf ruhig wie ein Trampeltier, alles gut Hab halt die Ecke sicher wie sonst was, Kevin, alles gut Wo stehst du denn, Digga? Reha, es ist Hälfte, Dieter Es sind doch immer nur 3 Runden Ah, stimmt 6 Grad Nom 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 Short left forever Mauer errichtet Mauer errichtet Mauer errichtet Okay Ha ha He Göttercom Spike platziert Oh, sorry Sie hat folgen, hat sich Tobi nie mit aufgegangen, weil er hat denn gerade standscreen Aber ich glaube, der hat rausgetappt Tobi müsste eigentlich nicht Full Mute machen, sondern eigentlich nur so eine Half-Mute Also dass man nur sein Mikro nicht hört und dass man stattdessen das Commentary von den Mitspielern hört. Das wäre eigentlich ganz neu. Meinst du? Ja. Oh, nice! Nein, ich wusste es! Schade! Kleiner Pissarita. Aber auch schon wieder mit der Flash, Alter. Hör doch auch mit dem Dreck. Seht mich an und wisst, dass ich an eurem nicht lehre. Schwein hat jetzt nichts gesehen, wenn Dieter ums Eck kommt. Blablabablabla-lablabla-lablabla-lablabla. Ist Tobi ihm sein Band dann gleich vorbei, oder? Müsst du ihn auch, oder? Nein, nach der Unten. Können wir ja ungewertet hier mit unserem Big Brain Stress spielen. Letzter lebender Spieler So ist der zweite Und beide auf Das ist ne Lüge Drop der Schaden, Spustkugel, Mensch Das ist irgendwie spooky Geht in Deckung Geh, los mal Spielen wir Ring-Round-Rosie, Alter Scheiß Raketenwerfer Ne was soll ich denn damit anfangen operator okay we are playing this game ich kann gar nicht ich kann aber gar nicht du musst das machen ich kann die glaub ich kann die du troll kennst du das ich kann keine waffe in dem spiel luis i don't think so aber das ist das ist interessant öffne den himmel bereit fürs hollenfeuer sagt er ok cool weißt du was das problem ist luis mhm peter und kevin haben das camped advantage die müssen nix machen der damage up ist vorher unnötig die beide auch unnötig was das wohl richtig war was das wohl richtig war vielleicht schafft er den spike geht du A ja gut was mich am meisten schickert an der waffe ist der doppel scope noch 30 sekunden genau Spike platziert Letzter lebender Schicksal Sorry Du bist noch nicht fertig Ach bitte Natürlich braucht ihr mich nach Na gut, wenn er es auch sagt Wo hast du Dieter getötet, Luis? Weil die Heaven is in Heaven Das Problem ist, kriegst du nicht defused Ja, aber den kriegst du nicht defused Angreifer gelöst Macher Nebenbei, Luis, das war gerade ein No-Scope Ich habe auch versucht, sich zu No-Scope Ne Kevin, ich hätte gedacht, du machst ja schon auf COD Quickscope, weißt? Ja Arne, du wurdest gechallenged Ah! Was? Jetzt können wir aber ja hier weiter spielen Ja, ich such schon Ach so Und es gewinnt Ah, jetzt steht es 1-1 Die erste hat es gewonnen Arne, nee, jetzt haben wir schon Vorboten, Biowaffe unungestimmt, Alter Ich bekomme, bei Dingensens bekomme ich, bei Cypher bekomme ich Gedanken, die... Ich blam Was ist denn da? Wo kann man das überhaupt einstellen und schauen? Das sind die Aufträge von den Dullis Die du spielen kannst Du kannst unter Sammlung Ja, Auftrag haben sie nicht so Dann gehst du auf deinen Banner Ja, okay Du musst den Chat ausblenden Ja, Alter, ich kann schreiben Du unten links hast dann einen Titel anzeigen Kannst dann auch so was hast Du dürftest ein bisschen mehr wie nur... Das eine haben Alter, ne Bösewicht Bösewicht Brauchst du wissen Mal gucken, ich mach halt gegen jeden 3 Runden mal schauen wie die Bilanz ist Okay Willst du schauen, ob du wirklich einen Vorteil hast bei mir? So ungefähr Also bei mir hast du schon den Headtrack durchgezogen, also... Komm, Alter Sind doch dann eh wieder die Punkte, Königin, wenn zu viele sind Nein, bis jetzt sind wir 5 Ja, haben Arne vorhin auch schon zerlegt, also so ist es nicht Freizismus kommt jetzt Ich warte ja nur... Ich warte ja eigentlich nur darauf Dass der Opfer irgendwann von 5 Leuten zerlegt wird Der Opfer Arne ist der Wachhund, alles klar Ja, ne? Dieter, guck du mal in der Sammlung, was du da schon hast Hab schon geguckt Dann schau mal ein Bösewicht Kannst du ein? Komm rein in den Bösewicht, Lul Was? Nein, ich hab ihn nicht Du kannst... Doch, in der Sammlung hast du schon irgendwas drin Sonst hättest du nicht weiter Ja Oh, warte was, okay Sammlung, Agenten Was jetzt? Nein, nicht auf Agenten Oder? Auf... Nein, auf sein Bild da Auf sein Spielbanner Genau, auf sein Banner links Auf sein Banner links Auf den Spielbanner links Und dann hast du unten links Titel anzeigen Funden Äh, jetzt nicht mehr Ah, klar, ich seh's ja Annalena geht ja aber niedrig in die Highs rein, hast du eine Null vergessen Spielen wir mit Jan? Ist Jan da? Nein, Jan ist nicht da Okay Ja Dann nimmt er instant die Reiner, Alter Ach komm, ich bin mal ein Küsschen fürs Team Äh Alles klar Mh, bin ich mal ein Küsschen Mh, bin ich mal ein Küsschen Ah, das war ein Böhmster, ne? Die Punktekönigin war klar Ja Hat jeden, hat jeden getötet War schon vorbei Er ist zu spät, Annalena, oder? Schon mit 50 eingestiegen Ich glaube nicht, ob ich das noch aktualisieren kann, leider Ja Aber typisch Punktekönigin, weißt du wie, das wär nie was gewesen Ja, die ist halt wie Thanos, du machst einmal Schnips und wechseln alle So, ich halt nicht Mitte, weil ich muss bei irgendeinem Spot, soll ich am besten sein mit jemand anderem Bitte mir Mit mir? Also Mitte gehört mir Nee, mitten Ja, okay, dann Lita geh ich mit dir aus C und dann halt ich mit dir Ja Ah, stimmt Ah, der hat's ausm Heiß geschafft Ja Ah, ja Nehmt der 50 überhaupt an? Ich glaube schon Ah, 2-1 Annalena hat in Zukunft für uns Trechheit Trechheit Rigg 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 Rigg, eindeutig Ja, mach das Biu, 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 biu Weckung unterwegs Weckung unterwegs Left, left Gegner gesichtet Wir haben einen Shotz im Mittwo Der Brimstorm ist auch nicht klar Au Der kennt mit eine Raze Das ist so schlimm, der hat mir den Pfeil genau ins Gesicht gezelbert Nein Deckt er an dir? Oder wie? Du musst ihn entfernen Du hast von Sci-Fi einen abbekommen Aua, das war ein Headshot Ja Auf B Äh, C Nee, B war schon richtig Was für C auch Ja, genau Der hatte den Spike Der hatte den Spike Spike down hier Spike Mitte, ja Für dich Lange nicht Das ist ja noch einer Nee Ich glaub' man nicht Das ist ja noch zwei Hane Warte auf Nein Oh, komm, die fällt noch nicht Alter Lass mich doch in Ruhe bei der Ecke Hane will doch nur ein bisschen chillen Ist halt echt so, die machen da Valhalla Feuerwehr Wenn man ansässig die Emotes in den Chat schickt Nein, wieso? Hä? Die Emotes sind ja von Twitch erlaubt, die du hast Jede Emote, der auf Twitch ist, wurde von Twitch überprüft Richtig Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, weiß nicht, äh, ne nackte Frau als die Emotes reinziehen Wollen würde, würde Twitch sagen, nee, kannst du nicht reinziehen Also jeden Emote, den du hast, kannst du frei benutzen, so Naja, es gibt aber auch Knie, also so ist es nicht Stage hat nen Hit, wird sich aber hier aufstehen Was für Knie? Ja, herzlich kill Zeig, staunt von dem Ich will mich selber Ich bin jetzt nicht so der Knie-Konosser Warum schon? Keiner second miss Ha, Dieter Wo andere Falle steigen? Rump's down low Strike down, bitte In 20 Sekunden habe ich heal Ein Gegner übrig So eine Ahnung So eine Ahnung Einfach Sticken, ey Ich kann nicht in 20 Sekunden healen Du schickst mal ein Beispiel rein So langs von Emote von Twitch ist, passt alles Von hinten, rechts Wer auch immer gerade Mitte geschossen hat, hat mich gerade auch gebetet Ähm, das Emote war tatsächlich nicht von Twitch, sondern von, ähm, Handys an sich Easy Triadums er kommt Schmutz Ja, aber das sind ja keine anzüglichen Emotes Die sind Die ist okay Man kann sie interpretieren, das ist richtig, Annalena, aber Da du! Let's community Dazu kommen Robi auch die 9 Ja, warum soll ich den Bot hast du? Letzter lebender Spieler Ja, ich glaube Chill, chill, chill Oh nein Doms Ja, okay, das Bayonet ist schon geil Muss ich ja Luis echt recht geben Mhm Ähm 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 Bayonet, Bowie knife Schreit halt nicht, ne? Er bin dummer Ich find heute irgendwie voll komisch drauf, Alter Ich hab irgendwie so, ich weiß nicht Weird shit Oh Gott Ey Tag 11, egal, warte, ich muss kurz das Game saven Save, wie nenn ich... Sag's mal kurz, irgendein Name, irgendein Name, irgendein Name, irgendein Name, irgendein Name Die letzte von den dreien Der push! Hö? Ein Gegner übrig Neues, entleckt mich doch, Spiel Diet Ramen, Alter Ja, ich würd gern Ramen essen Da steht mir Sehr schön Äh, du hast gesehen, was alles auf den Cypher losgegangen wäre Ja, Junge, Alter, der war typisch geflasht Was sind heute eigentlich die Daily Challenges? Purchase Abilities, Purchase Weapons Was ist das für ne langweilige Challenge Wo sind wir eigentlich die Dailies? Weiß ich gar nicht Läusal Du 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 Läusal Ja Wo sieht man überhaupt die Dailies? Escape Und dann oben, äh Neben diesen zwei Rädern, äh Dieser Ah ja da Ah, lol Jetzt hier die Kopfschüsse, kaufe Panzer Setze dein ULT ein Letzte ULT ein Ah, ist ja ein ULT brauche ich noch Backend mit Hier ist ein Hund, ey Ups So ein Wuff-Wuff Ey, ich hab mir was zu trinken, schnell Fuck, Alter Backend mit Hi, Raze Raze B und äh Auf A irgendwas Ha, Raze B und оч Raze B und A Raze B und A Raze B und A Hahahaha Wie macht den Auge Das drecks Auge-FLASH einfach einen ganzen Spot Das ist so ein Bullshit Die fände aber auf B, oder? Spike platziert Ich turbe der ASMR Wasser einschränken Letzter lebende Sklapper Ja, klar Hier ihnen vor Links Links ist die Spray's gewesen Links auf rented Schön hat man zu haupt erkennt louis hat nichts der trainer hat mich weg effekt jetzt den strap angeholt alles klar ist die pizza ich finde scheiße ist das nicht doch aber warum warum nicht bobi ich bin schuld er habe halt vorhin beim pizza machen habe ich gesungen die triacusa pizza ist die pizza dies knusperig und das hat der idioten in permanenten ohrwurm an der halt die sinalko schmack die sinalko die frischsturm schmeckt oh mein gott ist das weird alle ich verwehre auf wer von uns fliegt omen mit der ghost peek der ist window alter sicher was der arme der beine alter da Ha 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 Sorry Warum lacht die eigentlich wie so ne Bitch? Die ist bisschen crazy Crazy Okay, so weird Ja, keiner Hör auf, hör auf Wir reden nichts drüber Was ist gerade passiert? Nichts? Ja, 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 Luis Arne? More like Die Schatten bewegt sich Geht Du willst den More like go on? Nee Okay Ey, wer ist da? Ey, wer ist da? Was? Ist der nicht da? Racer second mit Wir sehen was soll ich jetzt machen Ja, wenn er nicht da ist, dann kommen wir wieder Ja dann Ganz richtig, ich krieg den, Alter Genau zwischen dir Boah, kommt wieder angeschlichen Come on, ihm morden wir da Das war das Fall Zech war auf Zech Ach, hey Beide kommt von da Gehen Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten Oh Ja, die war da drin, die war da drin, Luis Ganz richtig Du leidest nicht mehr Die Jagd beginnt Okay, das ist ohne ihre Ohohohoho Das ist äh Aua Das ist der Eingreifer sparsam Ich mein zwei Ultis, I take it Was? Vielleicht ist das sparsam, dass sie In Anführungsstrichen sparsam, weißt was ich mein Ich mein, wenn sie mich so nicht töten können Ich nehm es als Kompliment Mhm Hey Tobe, kannst du mal Second mitmachen? Ich halte das nicht gegen die Raze Hätte ich Jet gespielt, hätte ich es überlebt Aber nein Jan muss ja nicht da sein und erlaubt mir Raynaud zu checken Hm, ich hätte auch Raynaud spielen können, Tobe Nee, du bist ein Rayz OTP Rayz belong to the wrong Rayz Normal mit ist gar nix Also Dieter, ich hab das auf der Minimap mitverfolgt Ja, es war scheiße Gegner gesichert Die Schatten bewegen sich Stehle die Sicht Gegner gesichert Aaaa Somi, soll ich mal tauschen? Ey, ist halt Scheimer Alles gut, da ist der Was? Ich heile dich Duis Pult kommt Eingeboxt Let's go Dieter Maschine Ein Gegner übrig Dieter Hol dir den Nails Makellos Kevin, du Anti Kevin Was verdient das Ace gewesen? Kevin Alter, der Bot Was ein Anti Anti Anti-Saat Weißt du Dieter mobbt die zu Tode Und Kevin, wie leid Ey, ich glaub ja Ich war auf dem Kopf grad bei der Ja, ich hatte grad drei gedrückt Dem Kevin, Kevin ist jetzt einfach ruhig Weißt du, der sagt jetzt aber gar nichts mehr Sollte er auch nicht mehr Was, der geht bei mir aufräumen, Alter Sieh mal 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 Schwimmer Oh Auge auf A Noch ein Auge auf A Noch ein Auge auf A Noch ein Auge auf A Was? Hinter uns, an der Hälke hinten. Ich ist jetzt on-spot beim Spike. Ach, die haben ja noch nicht mal gepflanzt. Noch 30 Sekunden. Dieter, entspann dich. Wo ist der Spike? Der liegt on-spot, der liegt on-spot. Letzter lebender Spieler. Oben. Die kannst du nicht treffen. Jetzt. Der Lucky Headshot durch das Bewegen, Alter. Ja, ne. Na los, ich bin nicht in die Schusslinie. Ich bin stolz auf dich. Oh, danke. Tosse Krabbe. Pizza ist die Pizza. 1-1, nein. Ja. Toll, ich hab 70 Schaden mit meinem Moldi gemacht. Find ich gut. Pew, pew, pew. Weckung unterwegs. Die Schatten bewegen sich. Ja, ich krieg den Hälter und er kriegt 4 Hits rein. Stehle die Sicht. Sching, 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 sching. Sching, sching, sching. Scherven, ich hab'n Geschenke drin für dich. Niemand hat 2-50 schwer. 117! Ja, die hat auch deinen Wurst bekommen. Letzter lebender Spieler. Ja. Dieter. Dieter, mit der Wandern solltest du denn doch nicht so viel schießen und laufen. Ahne. Ja, ich wollte eigentlich da drüber und da ist die Navi gekommen. Die Gegner kriegen auch deinen Stimpack Wurst. Ja, ich weiß. Ey, ich wollte dir nur sagen. Na und? Was willst du mir damit sagen? Wolltest du dir nur sagen? Ich wollte das da grad ja reinwerfen, damit Kevin einen hat und ich, wenn wir da beide drin stehen. Aber Kevin ist ja ganz kurz davor leider abgekratzt. Tut mir leid. War keine Absicht. Echt? Das ist absichtlich gemacht, Kevin. Ah. Bin dann suizidgefährdet. Die Schatten bewegen sich. Wer kommt unterwegs? Wär ja irgendwie kein da dumm, Tobi, wenn's nicht jeder bekommt, der drin steht. Kann sein bisschen broken. Unbalanced. Ah ah. Auge auf A. Auge auf A. Ich hab hier Pradi Hart bei mir. Keine Waffe zum Rotation. Du Hart, Pradi. Oh Gott, Raze steht noch im Spawn von denen. Ah, die hat... Die hat der mich abgeflüchtet. Danke für die Waffe. Unter mir eine. Unter Helfer. Ja, unter dir. Ja, das ist wieder nice. Die Plätze. Okay. Wow. Oh Luis. Ja, Dieter da direkt fach. Er hat sich selber mit der fucking... Ja, okay. Er ist gestorben. Blend Kralate los. Noch 30 Sekunden. Geblendet. Knapp. Oh, das ist ein Anlass. Dein Ace hat uns die Runde gekostet. Ja, Digga, wenn sie einfach... Auf dem Boden vor sich röselt und dabei nicht selber stirbt, dann okay. Ja, die Rocketboost. Die führst ja selber hoch dadurch. Immer diese Ace-Geyer. Für eine Anspielung, ein Arsch-Geyer. Ja. Alles klar. Mmh, lecker. Sprudel, Wasser, Medium, Saskia. Saskia. Beste. Das gute Saskia-Wasser. Komm unterwegs. Ist richtig nah. Warte mal auf an mich. Ach so. Ich weggepush. Ja, dann geh. Da ist Rayna. Und Ray's. Ich sehe den Spy. Mehrere Gegner voran. Nein! Wieso wechsle ich in dem Moment? Du bist fertig. Luis, rechts einer. Lord, den hört man nicht, ne? Ein Gegner übrig. Die war hinten second mit. Die war hinten second mit. Die war hinten second mit. Nice. Nice. Die Arme. Ahne, ich glaube, ich habe da was für dich. Letzte Runde vor dem Wechsel. Ich habe da 121 gemacht im Weglaufen. Arne! Ne, ne, das ist was für Dieter. Dieterchen ist oben. Dieter! Dieter, können wir einen Ohning für dich. Und du hast einfach Angst, Alter. Er appreciatet halt null. Ja, ich habe die da liegen sehen und dachte mir so, ja, das ist doch was für Arne und Dieter. Arne? More like Bubba. Luis more like Gorn. Nein! Die Schatten bewegen sich. Wer kommt unterwegs? Also, ich kann ein gutes Gewissen zeigen, dass ich keine Meinung darüber habe, dass Leute die Bramstone spielen. Sag mir mal so. Sag den Ernst mit dem Rupenstör. Ne geistig andere Konzertuierung haben. LOL, da sind zwei auf C. Ich zeig jetzt, warum ich den Merch mit nennen. Ich weiß genau, wo ihr seid. Das ist C, um ehrlich zu sein. Okay, ich zeig jetzt nicht warum. Kann niemanden wie Weiden, weil auch hier überall... Warum steht der da? Immer noch zwei auf C. Dieser Hund, Alter. Ein Schwan. Wo ist der, der Luis geschüttet hat? Den hab ich. Den hab ich. Aufstehen, Luis. Okay. Das schlimm ist ja. Die haben auch nur ne Sage. Das ist ja neben mir! Na, wir rennen nicht drüber. Ich hab das Gefühl, die ist ihm die ganze Zeit hinterher gerannt. Ich hab die ganze Zeit Stips gehört. Und die noch da? Hey, das ist ja. Ne! Das ist die Ultima. Nein! Der hat die schon wieder gehabt. Ja, die hast du relativ schnell gehabt. Natürlich. Bye bye. Alles gut. Ich kenne mich auch nicht auf, dass der neben mir ist. Ja, das ist gut. Frech heute. Frech heute. Nein, aber als wenn der Revive da durchgegangen ist. Na, das war irgendwie ein bisschen weird. Wie der? Was ist der f***? Der f***? Du meinst Franzis? Du meinst Franzis? Du meinst Franzis? Du meinst Baques? Du meinst Maxi Minion. Mein Name ist Louis. Bensoir! Ja! Ja, gut, Dieter. Ähm... Keine Frage! Warte, du bist kommunistische Valorant. Je veux donne une bifle à ta mère? Okay. I only can you have a big gay? Ja. C'est moi je la merde. Are you speaking the language of the gays? Yes. Ich hab übrigens gesagt, ob ich deiner mom nicht ne Buck, ne Penis-Klatsche geben kann. Keine Herausforderung. Bidi, warst du weit vorne, Alter, big O. Ah! Sie macht Auge auf C. Dieter, war das deins? Nein, war Gegner-Breach. Alle? Nicht gucken? Genau in dem Moment kommt Rainer um die Ecke, Alter. Ich hab gesagt nicht gucken. Links eine Onsport, links eine Onsport. Rainer von Mütter. Seh mich zerreißt! Das gibt's doch nicht. Ich mach hier minus 133, Alter. Ich bin kein Gegner übrig. Die war hinter uns. Geht blenden, geht blenden. Geht, gebt dann net. Schreckt die Sau aus mir raus. Uff, die Nade vorhin hinter mir, what the fuck? Die kann helfen gehen. Nee, die ist noch da, aber passt auf. Nee, die ist unten, fuck. Letzter Lebenser. Boah! Boah! Jetzt krieg ich den Kogi auf Boom in die Ecke. Der darf. Egnet weiter. Ich will deren Leben, nicht eurem. Ach halt die Schnauze, ganz ehrlich. Ich hab gehört C, wenn wir zwei Marschall haben. Marschallah. Marschallah? Marschallah, lass C. Was? Er hat hier von Anna zu der Gott schießen. Cool. So nicht. Ich kauf noch. Er wird vermutlich wieder eine. Kassi UG. Er kommt unterwegs. Rainer stehen. 2-1. Die Schatten bewegen sich. Okay. Ich kassier ein 3-0. Alle kassierten 2-1, du gewinnst das 2-1. Schön Tobi. KAU! Mitte. Warte Tobi. Sage of B und Racer Winter. Da ist ne Schrotflinte um die Ecke. Natürlich musste Kevin ihm die Vandal schenken. Letzter Leben der Spieler. Du hast gut gekämpft. Vandal in Second Mid. Warum hat die ne Vandal in der zweiten Runde? Geht in Deckung! Alter, das ist was. Wieso hatten die ne Ult schon in der zweiten Runde? Das ist eher die Frage, ja. Weil die letzte Runde, glaube ich, ich weiß nicht, wie die Kills gemacht hat. 3 Kills, Schickills. Wahrscheinlich jetzt die Runde auch noch irgendwo nen Ult-Point genommen oder so. Bilanz zerstört. Das ist halt der Freund-Bonus, ne? Irgendeinen Bonus, wo wir ihn haben. Eine versucht, gleich wieder hier einen Boss zu starten. Blurin, ne? Warum geht eigentlich Kevin niemal woanders hin? Weil Kevin Feitinger ist. Also, Cyphercam hat uns gesehen. Er glaubt an den Individualismus. Plötzlich passt von jetzt noch, wenn du durchgehen willst. Ja, dann geh ich halt so drauf von euch beiden. Ja, dann geh ich halt so drauf von euch beiden. und dann geh ich halt so drauf von euch beiden. Ja, dann geh ich halt so drauf rein. Ja, dann geh ich halt so drauf rein. Das geht aber noch wie bei mir schon. Dann geh ich jetzt, was Physical auf dem Gut. In Heaven is no Marshala Und On-Spot Luis, jetzt rum, komm, rum Luis Ich heal dich No stop Oben, oben, oben Musst du die schon wieder mit ihrem Drecks Auge pushen? Ich komm On-Spot ins Auge da Scheiße In der Ecke, in der Ecke, in der Ecke Oben Du hast die Lachen gehört Ja Junge, du hattest einer fehl und sie ultiert erstmal rein Ja, Moin Ganz kurz in den anderen Stream rein, bis gleich Jop Oha, Tobi Ja Junge, ich werd hier sogar Gemocht, Alter Wird jemand Betrayed? Mein Gott Lade nach Weißt du, ich komm wieder On-Spot Tobi Und sie macht instant Auge, Alter Ich merk schon, ich darf nicht mehr On-Spot gehen Naja Ich bleib's einfach weg Ey, Leute, ich glaub ich geb heute dann nach dem Game schon weg Wenn ich dann noch mit nem Freund zocken will, weil ich das versprochen werde Ja, ich mach halt noch Ja, ich mach halt noch Ja, ich mach C gehen, oder? Abandont uns einfach, Alter, auf Eis, Alter Ja, ich hab's mir halt versprochen Ne, ich blam auch heute auch nicht lang Also vielleicht noch Wir smatch oder noch ein Match danach oder so Ja Vielleicht Schau ab Au Volle Gegner Geschenke Juhu Alter, Krom Hä? Die ist ja krank für Powered Bitch Obendrauf! Oh mein Gott Oh mein Gott Der letzte erlebender Schwierig Die ist ja krank für den Oh Leute, ich hab's hier verhördelt Ey, mir Berge Die haben ja gerade so gestackt Wait, what? Meine Birchner Brazen Wie meins Ja da Wo war'sch der? Wo war'sch der vor seinem Kugel? Wir brauchen das mal auf B kommen Ja, die haben uns geriedelt wie sonst was Roste, Kladdel, Pizza Die haben's richtig green Ach, der ist wieder am stream Was macht der wieder? Schaut er sich wieder Beatbox Clips an oder was? Uff Ja, wieso, was denn Uff? Das klang grad so Der klang so nach dem Motto Der würde in seinem Leben nix anderes machen Das hatte mehr ein bisschen was von Roast als alles andere Super Smash Bros Nein Wir haben ja gar nicht Raddel macht gute Musik Also meiner Meinung nach Das Können seine Musik Aber was macht das Ding denn jetzt da? Die Schatten bewegen sich Plopp, Wand Braucht jemand einen Ulti Point? Hier wäre einer Warte mal, alle Ihr könnt gebrauchen, aber ich glaub Der hat echt den Spaß Dann ist links daran, nicht zu wollen Ich hab gesagt, erwarte Bis dann Bis dann Keine Ladung Timing, Jo Ich bin genau in dem Moment weg, wo die kommen oder was? Nö Wer kommt die Arme weis Ich hab mich viel sicherer mit meiner Mauer gefühlt Er kämpft da immer noch gegen So sick Seit Runden beginnen wir wie hart links Onspot Und hinter den Küsten Also Raya, du kannst ja gerne versuchen nochmal da rein zu kommen Noch 30 Sekunden Für dich Der Cypher ist Onspot links Komm auf B Auf B? Keine Chance mehr Keine Chance Du bist noch nicht fertig Du bist noch nicht fertig Noch 10 Sekunden Noch 10 Sekunden Links Onspot Hart links Hart links In dem Eck Ihr müsst beide pushen Warte mal Ja 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 Wieso Da ist halt dann niemand drauf gegangen Ne Ein Gegner übrig Letzte Sekunde noch Cypher erwischt Genau, Scout auch Lass mal C drauf Lass mal C drauf Vielleicht über Second mit Oder so'n Schmarrn Wie viele Kanalfunkte habt ihr eigentlich alle mittlerweile so? 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Zählt das wenn ich ihr den Sub schenke Dass sie dann auch mehr Punkte bekommen? Ja Ja Aber sie muss sich nur halt immer gräben Das ist das Problem Links Kurze Die fahren so einen Ranz Alter Wer hatte zuerst Stimmen Ja da kriegt man gleich mehr Punkte Hinterdicke Ja Da war eine Menge Steps Die werden über BG nur wahrscheinlich Ja Gegner gesichtet Rechts da drin ist auch noch wer Ja Oh Ich lache Ich sollte keine Shooter mehr spielen momentan Das geht nur nach hinten los Alter Das ist doch Bullshit Ich weiß wie exakt wo ich stehe Wir sind Kämpfer Finde halt super Da wollen wir einmal 10 gehen Und dann steht die Rave mit einer Schatz Insekt mit hinter der Tür Und nicht mehr in Heaven So ein Scam, Alter So ein Scam So ein Ding ist das Weil wir können ja mal versuchen Harden Mitte zu Pushen Und B zu machen Tobi ich hätte auch Ult Wenn du irgendwo hin willst Tobi ich hätte auch Ult Wenn du irgendwo hin willst Ich wohin will Die Ult irgendwo hin haben willst Oh nö ist gut Die Schatten bewegen sich Der kommt unterwegs Sehr schön Ja 那個 Frostkugel geht nach rechts bt Nicht der Fenter Sage kurz vor b Nice Da ist wir Ja 104 Hm Die Mastel Werde wieder stark Nice Rechts wirst du eh ne Einer von hinten. Elefant. Ein Gegner übrig. Läuft. Alter, was macht der denn da? Junge, Junge, kommt der einfach so. Schau auf, Papa-Fenster, vielleicht zählt der da nicht. Das kann gut sein. Ob er beim Papa-Fenster zählt, das weiß ich leider nicht. Das ist eigentlich auch. Wir hätten es echt nicht los mit deinem Blut vom Wochenende, aber ich habe es verpinnt. Ich habe es verpinnt, vor allem. Mal gucken, vielleicht sehen wir uns in der Situation. Kurz zumindest. Wollen wir wieder in A gehen, oder was haben wir jetzt noch? Komm, wir gehen jetzt aber mit dem Dropschissen. Okay, let's go! Jetzt beißen wir in deinen Rachen. Ich habe immer noch meine Ult, ne Tobi? Ich mache eine Wand in Second, dass wir da auch direkt in Flasht werden. Oder auch nicht. Das sehe ich ja, ich habe geblindet. Vorsicht, Luis. Links machen zwei Autos. Links zwei. Alter, werde ich zugekörnt. Feuer! Als wir in deinem Land nicht mehr durchgehen. Das waren literally 0,01 Sekunden. Oh, du Tobi verkauft mit Eiskalt. Der war links reißen, wo der war. Ja, links. Das sind Reto, ne? Ich muss das zeigen. Der ist da zu Dieter. Der ist hinter dem Objective. Ich habe den Spike. Nein, links ist es, Dieter. Ja, genau da. Nein, das steht nicht auf dem Spot. Luis ist auf dem Spot. Ja, aber der war da. Nee, der stand am Arsch der Welt. Ja, doch, von da ist er in Molly reingeschossen. Deswegen habe ich dazu einfach mal nichts mehr gesagt. Sehr schön. Nein, die Level. Was ist in den Inside-Job, oder? I don't know. Weiß nicht. Also eigentlich sollte er schon auf per Wort Fenster ziehen, denke ich. Aber, na gut. Die Tarkäger können bei dieser Welt Temperatur nicht verbrennen. Ist das eigentlich auch so unglaublich heiß? Nein, kommt nur das Ruhr, Luis. Warst du auch ein Kacken? Nein. Dieter, nein! Hätte ich nicht gehört. Jemand hat so laut geschossen. Einfach nur nein. Hinten oben. Vorsicht ne 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 Warum müssen jetzt beide sein? Rainer und Trace bei dem Fenster Jan, Alter, schon Luis Hey Luis, guck mal kurz weg Lass mal Rolltie durch Geblendet Ich hab mehr oder weniger reingeguckt Ein Gegner übrig Das ist schon gut Steifer war immer Mitte, zumindest letztens Ja, wir haben auch rechts gerade gesteppt Lennst mal Leute los Alter, der Lackstitter, der war miese Junge, in den einfach einen drüber gezimmert Alter, was war das denn, Mann Oh Hauptsache die Blendung war on point, ne? Die war auf seinem Kopf, literally Naja Jetzt einfach bei mir draufklicken Danke dir Das war's nicht Oder Tobi mal Die, der wirft erstmal weg Da hat keinen Bock mehr Kann jemand kurz ne Pistol anfragen, dass ich ihn das kaufen kann? Ich will das jetzt schauen Wie mach ich das? Da ist ein B und da liegt es auf den Namen Dankeschön Danke Rot draufklicken Da steht doch groß kaum Sage Just fucking die Please Geht sich Gegner gesichtet Nee, weiter rechts Die Reis wollte da raus schauen Gegner gesichtet Da kommt wieder in dem Moment raus Wer sagt Schwermer? Danke 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 Von Sput Linke Seite Auge Nach linke Seite, Wand Na wow Oh wow Oh wow Das ist doch schön Boah LOL Was? Nein Und die, der skinner Nein 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 Wow, aber den Plans so lang verzögern oder was? Ich war grad am überlegen Ja, klar Ja, klar Ja, klar Jemand doch mal bitte irgendwas kaufen wollen Kann mir das jemand kaufen? Ob, wo steht es da kaufen? Hey, links bei meinem Namen Drück B und dann steht es da ganz fett Kaufen Ja, klar Ja, gut Danke sehr Ich wollte jetzt grad sagen so Ja, genau, was soll ich da jetzt heißen, Alter OhööööööööööööööööÖ Oh, hi, Rayna! Da ist Rayna! Der ist ganz, 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 ganz. Sehr schön. Geht auf C, geht auf C. Ja, lass mir mal noch einen kill. Bei euch, für die Terren. Ein Gegner über! Dann können wir Scyther, der grad bei mir steht! Auf! Ich danke dir sehr schön. Alter, aber das sind für ein Switcher. Ruhe, Junge. Alter, das hat weh! Ja, den kriegt aufs Maul, Luis kommt und die Erkir, nimm du mal! Das hat weh, Luis. Ich prischi, ey, den Kies. Au! Ich peek Mitte rein. Ruf zogen. Ja, warte dann. Was du die gekauft hast. Geht mal Second-Mit. Ich peek Mitte rein, geht ihr Second-Mit? Ah, ne, ich flash Second-Mit, ne? Wir wollen nicht übers Fenster gehen, weil, äh... Sage ist da, jeder um den... Ich smoke dir das B weg, allerdings. Ich smoke dir das B weg, allerdings. Ja, direkt Front gemacht. Pass von hinten auf! Einer muss von hinten auf! Aua! Nimm uns! Hier, lass Second-Mit gehen. Lass Second-Mit gehen. Ulf löscht. Ja, zwei sind drin. Unser Treffer unerledigt. Alter, ich hab hier mehr gedrückt als die mir. Geht in Deckung! Ne, ne, ne! Wow! Ich hab noch abgedrückt, Spiel! Als wenn mich die Ult noch gehitet hat. Was war'n das für'n Scam? Ja, Leute. Manchmal, oder? Wir müssen jetzt irgendwas mit Close-Quarter gehen. Wir könnten auf A gehen. Dann lass A gehen. Irgendwas mit Close-Quarter müssen wir gehen. Ja, aber A ist bisher nie wirklich gut gegangen. A ist bisher fast nie gut gegangen. C ist öfter auch gut gegangen. Ja, aber... Prim, was smokest du alles weg? Ich hab drei Smokes. Sag mir was. Ich seh halt nicht alles. Ja, dann smoke mal die ganzen Wege weg auf B. Und hier... A Short vielleicht. Lass mal drei lang gehen und zwei Short. Also ich geh Short A. Ich geh auch Short A. Ne! Ich kann sie blenden auf Short A. Ja. Ja, ich hab'n Molly. Egal. Drei lang, zwei Short A. Ich... Ich smoke dreimal vor B, damit zu denken. Wir kommen wieder über Short Mitte. Die Schatten bewegen sich. Ja, Seif hat sein Auge hier. Der weiß, dass wir alle hier jetzt hin dackeln. Einer down. Da ist Tobi. Ich hab'n Downs. Die... die rotaten direkt, die kommen jetzt alle. Bobby. Kassig. Nein, Rayner! Oh Gott. Sage und Rayner beide hinten. Nein! Mein Magazin war hier. Racedown. Sage on-spot. Ich hab'n keiner von hinten. Nur Seifer. Seifer links wieder in seinem Camper. Weitere on-spot. Nei. Ich hab'n hier. Ich hab'n hier. Ich hab'n hier. Ich hab'n hier. Links. 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 Links von dir. Links. Ah. Ich dachte, der wär'n hinter. Verteidiger gebeten. Nein, wirklich ganz links. Ah, my bad, my bad. Mach's den A. Du sitzt ja da immer. Mach's den X. Ja, alles gut. Jetzt hast du wieder A-Runde. Sorry, sorry. Ja. Unlucky. Luis, du bist raus, ne? Ja, ich bin jetzt weg. Aber ganz lustig. Du bist noch für eine Runde dabei. Du, Arne? Also, ciao. Ich hab'n nichts zu tun, Tobi. Ich bin morgen auch wieder den ganzen Tag zu Hause. Ciao, Luis. Ich lass' den Stream auf und ciao. Ciao, ciao. Da wir Samstag haben. Hab' ich auch. Hoffen. Woll' grad' auch fragen, warum haut' ihr alle so früh rein, als Samstag ist. Dieter hat wahrscheinlich nur eine Schicht, oder? Ja. Weißt du, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, einen Somba zu haben, wo ich nichts zu tun hatte. Nee. Echt, ich weiß keinen längeren Zeitraum mehr, wo ich, einfach, nichts, es hat nichts gegeben. Hi, ihr den ganzen Sommer. Ich will euch noch ein bisschen meine Serie, wenn ich meine Freundin angedreht habe. Ähm. Oder kann ich die Rollstuhl wieder machen? Ach so. Aha. Wer wird denn? In der Schweiz wurden in einem Zug mehrere Kilogramm Gold gefunden. Jetzt sucht der Staatsanwalt in der Stadt Lundern den Besitzer. Äh. Hi. Ja, ich vergesse auch immer ein paar Kilo Gold im Stuhl, da passiert's. Da bin ich. Moin. Was wird ge... Sag doch mal was für ein Haikyu. Haikyu. Der ist so heiß, wie soll ich denn so schlafen gehen? Ja, ja. Der ist bei mir lustigerweise auch auf der Liste, bei Netflix. Ja, der ist ja glaub ich auch ganz neu. Nö, so ganz neu ist er nicht. Der ist schon was länger da. Dann empfehle ich dir noch Free zu schauen. Oh Gott, tu's nicht. Nein, musst du nicht. Das ist, das ist Yahui mit Haas. Weißt du? Und die Jungs sind die süßesten Schwimmer auf ganz Erden. Match gefunden. Mensch, Schatzi, musst du mir die andrehen, wenn du bei mir stehst. Das weißt du. Ja, du hast mehr Haikyu auch nur so andrehen können, weil sonst fang ich sie nicht an. Das... Hä? Beamer hab ich nicht. Echt nicht. Aber ich bin auch ganz froh, dass Kimi die DVDs bzw. Blu-Rays sie auch mitgenommen hat, ey. Kann ich gar nicht führen hier. Oh, so krass. Jetzt sag ich die Bilder für dich und mich. Da da da. Soll ich darauf die typische Antwort geben, Annalena? Oder kannst du sie dir selbst denken, die Antwort? Oh mein Gott, Arne ist in meinem Chat. Was ist denn da los? Ich bin auch in deinem, Tobi. Merkst du was? Ich weiß nicht. Ne, sein Chat ist abschauen. Oh. Hängt mein Stream halt literally? Was machst du denn? Bei mir bewegst du dich in deiner Face, Kim. Okay, dann hängt sich bei mir nur die ganze Deathstream auf. Das ist gut. Ich bin gerade noch bei der Operator-Auswahl. Ich nehme mir so, hä? Hä? Ich nehme mir tatsächlich nicht aus dem Grund, dass ich keine Freunde... Wurde ihr Rays weggebringt, Tobi? Oder warum spielst du Rainer? Nein, ich hole Rainer. Du bist ein Mädchen, Annalena. Deswegen musst du das mögen, Isaac. Alle Mädchen stehen auf Free und auf... Tobi, ich smoke dir einen Eingang und die pushen da durch. Talia zum Beispiel auf die nicht draufstehen. Talia, Free... Ah, fuck and roll. Also der Kante von mir kommt nur so... Haben wir gut gespielt? Haben wir gut gespielt? Mitte eine weggezimmert, aber der Snipe-Junge. Ich habe keine Steps hier. Ich schon. Echt? Oh ja, jetzt kommen sie. Genau da, zwei sogar. Hey Omen, das ist nicht fair! Wie hast du das nicht gehört? Ey, ich stehe komplett überspawn. Bitte mir das nicht überspawn. Ja, ja, ja. Sie haben den Spike gerade auf Long verloren. Und das Tor ist zunehmend. Bro. Es ändert nichts daran, dass man trotzdem auf diese Animes steht. Was? Tobi? Hallo? Spiel? Ein Gegner übrig. Also, sorry, ich habe ja schon viel Bullshit gesehen, ne? Aber das war ja... Wow. Aua, Schatz. Das Kappa war zwar da, aber trotzdem. Au. Nein, alles zu. Hallo, Rock'n'Roll. Eine nochmal oder diesmal defensiv hochflüssen? Ne, ne, diesmal bringen wir das richtig. Wir werfen ein Stim-Pack dazu rein. Ja, ich... Da musst du halt kurz warten. Ich kann erst smoken und dann Stim-Pack werfen. Ein Kompliment, du dumm Fisch. Weil es Sarkasmus plus Kappa war. Das heißt, du bist tatsächlich das, was ich beschrieben hatte. Das war so... So doppeltes... Weird eigentlich. Aber well played, Annalena. Das muss man dir lassen. Ne, Rumen, lass das! Ich glaube, der steht hinter dem Holz kapseln. Weißt du, was ich meine? Du meinst das kleine Häuschen? Ja, ja, da aim ich. Schön. Oh, es sind da viele! Phoenix ist auch da und Ray's auch. Wow. Ich kenne dann. Ray's in Phoenix long. Ah, Phoenix ist tot. Du hast zwei Hits mit einem Burst bekommen, Tobi. Rayner Mitte. Ray's in A. Ist nach links abgestischt. Pass hier rechts jetzt auf. Ein Gegner übrig. So, die sind... Let's off off. Lass deiner Knallkopf. Knallkopf. Jo. G. Hä? Wo ist die Ray's hin? Hier mal B. Als ob die jetzt Reise nach Jerusalem macht die Frau. Ne! Noch 30 Sekunden. Letzter lebender Spieler. Ganz knapp. Jep! Alter, das... Warte, 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 warte. Geht in Deckung! Lass den verblenden. Ja, er ist hier geholen, die Basis. Das auch. Ich... Ich wollte, dass sie den... den Plant abbrengt. Ne! Alter! Alles daneben gesammelt. 22 noch verknoppen. Ich wollte ja eigentlich... Der hat grad vier Leute umgebracht. Ich hole zurück. Aber dieser... Deine Aktion vorhin auf Long war geil. Was hat er gemacht? Ja, der hat mal eben drei Leute niedergemäht. Oder zwei? Zwei. Zwei. Aber einen quer durch den Smoke durch. Ja. So am rückwärts gehen, während zwei Leute mich abballern. Ich schieße nur mal drauf. Tobi, ich versuche mal was anderes. Ich schicke mal einen Molly danach. Äh... Die Gorn, Phoenix! Für. Wir dürfen jetzt keine Fehler machen. Die Schatten bewegen sich. Die Schatten bewegen sich. Geblendet. Komm. Die sind da. Da! Die Schatten bewegen sich. Die Leute, der hat mich getrunken. Alter! Der war assig! Geh mich zu. Der einen Omen gerade, Tobi, die hat mir ja so nen Slap gedrückt. Der Phoenix gerade war gut drauf. Rechts, Dieter. Was? Rechts, Dieter? Alles gut, sorry. Er hat beim falschen Faktor geschlagen. der omen wollte sich auf die kiste mit dem punkt teleportieren die race da noch drin steht und du hast noch hat habe ich gehört links oder rechts das hat der phoenix damit der angestellt gerade der kommt ja raus genau vor dir und ich schieße auf ihn oder wir für gerade doch diese flamme kann sich aber es ist einfach so geil wie er sich auch immer daran durchläuft wie du gerade teleportiert wirst ja ja fand ich auch witzig und smoke das sind wieder welche oh gott ich koste die dinge auch kam in mitte geflogen das ding das ist unfair dass ihr jetzt zurück rotatet jett und phoenix laufen von mitte weg also von a weg richtung mitte oh doch nicht bleiben auf long ja gut alter die race halt ne also tobi wenn du möchtest da liegt ne aris weiter chill 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 noch 30 sekunden letztes erleben der spieler natürlich kriegst du nur 70 alter und ich krieg 31 und der niger dran der anderen auto auf mich geschossen der fuck jetzt darf die keine musik hören wer darf keine musik hören ja anscheinend darf die frau die race keine musik hören wegen dir und wenn du meine ehrliche meinung haben willst ich finde das ziemlich arschloch von dir computer sagt nein denke ich mir auch komm breach auf geht's ah nicht komm gleich ja ich bin gleich am weg bei mitte oh ein operator was oh komm da da stehle die sicht klappe zu affe tot wir sollten vielleicht mal ass weg machen hii das war seine ulti hi omen von rechts die da das würde eh race sterben das heißt du hast ne die karte wenn die da kommen hat sie gerade ihre eigene ulti gewastet ne die hat ein gewaltes race hat hit so rayna hat hit ein gegner ist neine aber da da wenn nur ich ihn auf oh da ist alle wenn wir jetzt noch wegbomben können das ist wohl war wie rayna ist der ult gerade noch so rausgekommen Die hat gechallenged Ja, ich seh's gerade Ich muss dich mit der Racer Also hab ich jetzt viermal hintereinander verloren Ab gegen die Frau Na, wie lang wird das Streak heute noch? Richtig, bis ich arm bin Ich geb fünf Die Jagd beginnt Oh, fuck you Das Sie werden sich folgen In der Mitte hat ein Header drinsitzen Sie hat ja auch, Rosichiii Ja, hast du doch gesündet, oder? Ja, ich hab noch meine gehört Ach so, ne, sie hatte direkt im Runde Wollen wir kurz leise Das ist schön Das ist schön Ja, langsam, langsam komm ich im Dreh raus Merk schon, Aldita wird richtiger, äh, ESO-Spieler Ja, noch mehr An dem Gang ist frei Rainer steht da drauf mit ihrer Aussie Nevermind steht sie nicht Was macht die denn bei Heaven? Was macht die denn bei Heaven? Oh nein, hinter der Kiste Oh nein, hinter der Kiste Wollen Ich brauch Beute Ich hab den Kontext verloren, hä? Wie, ne, ich hab, ich hab kaum Geld, komm Achso, Leite, lol, äh, äh, wow Ja, bitte, danke Hab ich doch, Freunde Alles gut, du hast doch schon Haller, Haller, das können wir gleich checken, ob ich pleite bin Komm, Tobi Stimpack, komm rein Ich glaub, ein bisschen dreistellig hab ich noch Also ein bisschen verlieren kann ich noch gegen dich Hey, Steps auf A wieder Wir sind einfach fucking Butters, Alter Wir haben Spielproblem Oh, sorry Oh, Leute Wir machen Sneaky Breaky Hallo 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 Katja Schön, dass du vorbeiguckst Hi Katja Wie geht's, wie steht's Super-Swert Sind sie schon auf A? Jawohl Ja, sind sie Sie geht immer auf A Als ob die noch getroffen hat, die Ulti 101 Damage hat Raze Spike platziert Achtung, links ist Rayna Ach, nein, das hab's du gemacht Auch auf den TS, aber Nice, Tobi I have a problem Wart mal kurz, ich muss mal, glaub ich, noch auf die Omen-Smoke warten Ich wär doch für Omen gespottet, wenn nicht so ich latsch, oder? Wie war das Kevin? Die Omen-Spiele Was? Links Geltert Hit Null Ein Gegner übrig Oho Nein, die hatte 106 Hits Sehr gut, wär sonst auch auf dem TS Dann dich auch oben, ja Oh, 500 Punkte, Karen Die hat doch so gewinnen Ach, dass ich das gewinne, nä Ihr habt gleich ein Konto von 400 Hahahaha I fucking null Ja, warte mal, dann müssen wir noch ne Runde machen, hab ich nur 333, dann passt das Ja Tobi, willst du mal statt mir auf A gehen? Ich hab gehört, wir machen jetzt einfach mal A-Stack Ja, klingt am Plan A-Stack? Ja Ich mach B dabei, ne? Ja Tobi, ich hab die Idee, wir einfach Stimpack vor A und dann durchsiegen Ich hab doch gekauft! Ach, Spiegel Verarsch mich doch nicht Ich hab ne super Idee Ja, das ist halt in welcher Ja, die Raze, äh, die Raze Die Jet hat 74 und da kommt 2 Ich hab mir schnell deine Waffe gebraucht, ne? Nein! Den Plan hab ich nicht gerafft Ich wollt eigentlich da hoch Weil ich dachte, die moved weg, aber nein Links in welcher ist, glaub ich, Shed Ja! Gerne, Annalena Gerne I'm wasting my money just for you Pass auf, Alter Ich hab mir falsch Gegner gewichtet Kevin, ich sag dir das nächste Mal, ich gewinn gegen Annalena Oh, Tobi Warte, ich muss hier weg Wie steht's bei euch? 2-5 Gegner gewichtet Oh mein Heaven Steht gleich 2-6 Ja, der MVP hier in dem Game muss das jetzt klatschen, Dieter Let's go, Dieter Boop, Boop Boop, Boop Sonst noch Eier da unten hängen, oder? Ne, das ist Rayna, die hat da gar nichts Richtig Also zumindest hat sie da nichts hängen Sollte sie nicht Das andere wurde operativ entfernt Achso Trastration vor der Wind Auf ganz unangenehm sagste Tobi, wir pushen euch das wieder durch Warum wird mein latest subscriber nicht mehr angezeigt? Ah, ist ne sehr gute Frage Und? Ne, der Webcam hat da noch angezeigt, aber oben nicht mehr Muss ich wirklich mal schauen Ne Der kommt unterwegs Der ist schon drin Rechts in der Ecke Ja, natürlich Rechts in der Ecke, pass auf Vielleicht Reset nach hinten, oder? Ja, aber dann müsste ja das bei der Kammer auch weg sein Mal gucken Leck mich, du Hure Du darfst bei der Operator die Sneak'n wieder, oder musst du rennen? Ja, woher weiß ich denn, dass es die Operator ist? Weil sie Rayna war Du meinst im Sekundenbruchteil, wo sie mich erschossen hat? Ah, das hat ein bisschen länger gepaucht, wie auch das Ray ist sonst noch irgendwas, ne? Und die Rayna Strats ausraune Wobei, es könnte wirklich sein, Tobi, dass das der Daily Latest ist Ach, jetzt kann man abonnieren? Oh, das hab ich ja voll verpasst Ja, ich bin, hab gestern meine erste Filme jetzt schon gehabt Uh, nice Frau geiert halt drauf mit Hass, ne? Spike platziert Ey, ich bin mal wieder gegen Annalena Das ist gewinne ich Easy, klar Sie will mich heute arm machen Ah, ich gewinn das erste Mal Okay, okay, weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Kevin, ich hab gecallt nach 5 Hertz auch, ja? Ja, das sind schon 7 Oh, hab nicht mitgesehen Okay Enter, heißt 4, 33, Arschlecken All in All in, Alter Wenn du da reingehen, dann wirst du verlieren Ist mir egal Ist mir so egal, dann bin ich ja pleite Mal schauen, ob jemand Kevin den Gnadenschuss geben will Back to the roots, Alter Back to the fucking roots Aber ich geh vielleicht mit wenig mit, vielleicht haben wir dann mehr Chancen Ja Toll Die Jagd beginnt Jagd beginnt, ja, ich steh bei euch nur sowas I'm very scusi Not Oh, High Phoenix Oh, High Phoenix Krach Home and Low 132 Damage Boah Also, boah Na, eigentlich Wo kommt die denn her? Keine Ahnung, aber sie ist tot Das ist mir in einem Moment aufgedrückt, ja Prost Vertötet war, dass der Deathi einfach sich, denke ich, dash da raus, wie die dümmste Wuhre, die sie sieht Steht wahrscheinlich eh links Shit Oder sie gönnt sich den Omen Ne, die Death steht wahrscheinlich wieder oben auf dem Fall, da schlant sie das letzte Mal auf Ah Wir rotaten Surfing? Ja, hab sie gerade am Spot schließen da Noch reichlich Sekunden Alter, kannst du mal kurz stacken? Nein, gut Hab mir schon deinen Twitch-Film kopiert? Ja Danke, Annalena Spike Down bei mir Auch wenn meine Streams mit Abstand die langweiligsten sind, Lul Ach, natürlich geht es in den Jungen wieder aus Ihr werdet gleich 1 zu 1 weggeklickt Kevin Ein Gegner übrig Buh Nice Du bist es Annalena denkt sich so, really Nee Nicht auf A Toll Schnapp uns die Zähne ein Und wir spucken euch unser Blut ins Gesicht Oh What the fuck Du bist mitgegangen? Nein Ja sie ist mitgegangen Das machen wir nie Das waren all in Das waren all in Weißt du wie teuer Zähne sind? Beim heißen die doch gestern zum Glück einmal Aber irgendwie heißt Ich weiss auch nicht was du alles brunnen Euer Ahne, ja moin Höhöhö Haltet sie im Zaun Fern Wer kommt unterwegs? Mitte wird halt Oh hallo Rainer Sie werden sich folgen Ist von B nach Mitte gekommen ey Gegner gesichtet Also outside B Mitte Was geschluckt Hallo B B B B B B bitte Ja ja ich komm ich komm ich komm Aus dem Weg Irgendwer geht aus dem Weg Ist das so fett? Wie habe ich den nicht abgebrochen? Wie habe ich Oh Mann hat die teleportiert? Ihr habt schon gesagt, er teleportiert sich on spot, aber okay. Und was macht Raze mit Phoenix auf A? Wer wird das wohl sein? Ja, der Drecks Omen kommt auch noch wieder aus seinem Loch gekrochen. Er hat schon Kicker, warte mal, geht ja hier nicht. So, Kevin, ich hab doch gesagt, ich hole Annalena, sobald ich gegen sie spiel. Best of Five. Die Raze get kicked, direkt im Brunner. Ihr rennt sowas in ihr Brunner. Du kriegst so einen Clap, Alter, das hast du noch nicht gesetzt. Ach sooo! Die Nate war's. Sie wird von der Operator nicht gekillt, na dann. Der war, glaub ich, durch die Wand oder einen Fuß. Ja, geh rund um. Ja, Exit Fring. Ja, Exit Fring. Ja, Exit Fring. Ja. Die 300. Es gibt auch einen geheimen Command, wie man alle seine Punkte aufeinander in der Account überträgt. Annalena, ich vertraue dich. Du kannst auch Punkte nehmen. Doch, meine. Aber Hauptsache, sie kriegt wieder nur 38 Schaden, weißt du. Ich krieg da 160 in 8. Ah ne, ich geh B, ne. Das ist wahrscheinlich wieder nur Phoenix. Du musst den Commandos rausholen. Ich weiß das noch nicht. Ja, genau das meinte ich auch. Ja. 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 Ja, ich komm mit nach B. Phoenix war dead. Spike platziert. Ach echt. Das wäre anders und irre, wenn die jetzt aufmachen würden, ne? Juhu, er kommt rum und gibt mir den Header meines Lebens. Nein, weil ich damals das Punktesystem noch nicht hatte. Jetzt hab ich ja erst Zeit. Seitdem ich, äh, aktiv streame eigentlich. Der Omen drückt halt. Der Omen drückt Sachen. Das tut weh. Ah ja. Komm, ich bin da. Fremdfallate los! Schön. Der Omen war da hinten. Stade. Der Omen hat mir so ne Clap gedrückt, das war nicht mehr schön. Nieder? Ja? Nicht biß gemeint, gell? Aber wenn du sneakst und dann immer wieder steppst, dann brauchst du auch nicht sneaken. Ja, ich weiß, aber es macht doch keinen Sinn, auf langsam zu machen oder zu safen, weil es geht sich eh nicht mehr aus. Aber dann entscheid mich für eins. Ja, ich dachte mir so, weißt du, steppen, sie kommt rein, ich mach wieder langsam und sie sneaken. Also, baiten meinte ich das eher. Damit wollte ich ja letztes Mal den Kletter brechen, hat nicht funktioniert. Ey. Ey. Wie geht es? Meine alten Tricks wurden schon gelöscht. Ja. Hallo? Hier ist ein Kratzer. Was ist das wo? Noch ein Kratzer. Ich bin hier. Ja, Tobi schmeißt erstmal das Ei weg und geht. Ja, ich will nicht mit dem Ei peaken. Der kommt unterwegs. Komm, Ziel eine. Der nächste. Die pushen B. Oh, die sind schon B raus. Hat noch die Steps gehört. Natürlich trifft sie mich auch noch. Aber ich hab sie nicht einmal getroffen, was? Sie hat so direkt einen Raider bekommen. So was sie an ihrem Gealscheiß war, ey. Gegner gesichtet. Ja, Jett selber auch smart ist. Roman ist bei mir. Ja, ein Knopf. Ein Gegner übrig. Ich stand auf der. Ja, den boostet bei Enemies, Arne, ne? Ja. Ja, steht safe in der Ecke. Noch 30 Sekunden. Arne, gehst du? Ja, steht mehr. Weißt du? Er macht einfach Seiten. Er hat die Date wie ein Spike, man kann's nix machen. Ich will nochmals. Ey, Kefko. Mhm? Hast du letztens auch die E-Mail bekommen von CIG mit, äh, äh, ich weiß nicht, I will believe oder so? Von CIG? Ja, warte, wie hieß die? Warte, nicht I will believe, sondern... I don't think so, by the way. Wir sind dran. I want to believe. Die Schatten bewegen sich. Die Schatten bewegen sich. Die Schatten bewegen sich. Ähm... I want to believe, heißt sie. Noch. Und ich dachte mir, in dem Moment, wo ich die Gläser versuche... Ich auch, Bruder. Aber es ist schwer. Ich auch. Also, wenn ich die Flasch aufbaut. Der Flasch, Achtung. Der Flasch, Achtung. Jo, mach. Flasch oder Flasch nicht? Ich hab' nicht geplant. Was? Was sind das für Spreads? Die kenn' ich auch noch gar nicht. Ich auch nicht, ob ich keine Sorge. Shit! Zwei Mitte. Spawn kommt, ich halt Spawn. Jet und Raze dürften Mitte stehen. Zwei kommt Spawn. Autsch. Ich hasse diese Waffe. Ich hasse die Waffe. Ich hasse die Waffe. Ich hasse die Waffe. Ja, und das sind zwei. Alter, die kommen überall. Und irgendwo. Letzter lebender Spieler. Red Onsport. Die Defused Red Onsport. Die Defused Red Onsport. Die Defused Onsport. Ja, was soll ich denn machen? Dich auf den Defusen konzentrieren. Das ist noch was noch. Alter, kommt da... Komm da rechts Dingensens. Hier sag' schnell. Z und oben. Mh. Würdest gestern dabei sein müssen, ne? Hey, haben sich gestern... Haben sich gestern zwei Leute im Chat haben sich das ugleste Bit Battle gegönnt, eh. Oh ja. Also wirklich, hat angefangen mit Kleinbit, so 10er, 10er. Dann kamen irgendwann 60, dann irgendwann 100 und dann einer so... Alter. Kommt die Tausend. Kommt die Tausend. Kommt die Tausend. Kommt die Tausend. Und wer war das? Das hat er angefangen mit den Tausend. Das Brush kennst du nicht, aber... Gehen wir jetzt A oder B? Der war auf seinem dreckst hässlichen Head. Pazif. Jet und Omen beide Mitte rechts. Ja, da! Das ist die Tiefen, die. Der, dessen Name nicht genannt werden darf, ist auch mit dir. Clem-Kadate los! Wer ist jetzt im Voldemort, Alter? Ich kann nicht erinnern. Ich war... Keine Ahnung, warum ich oben einen Thread nicht erwischt hab. Oh, das war richtig. Man kann die Hände wegballern. Ja. Dieter? Kannst du was? Auf Short steht einer, Dieter. Oh, die war natürlich nicht getroffen, Alter. Links oben ist Dieter. Links oben ist der Omen. Nicht das links. Ja, das meinte ich auch nicht. Robi macht grad so viel Stress auf A, dass er, denk ich mal, nach B rennen möchte und einfach Sneaky Bicky Plant machen will. Wo sind die? Das ist eine gute Frage. Der Omen war bei Metall, nenn ich's immer. Alter, wie kommt die denn da rauf? Mit ihren Granaten. Kann Rocket Jump machen quasi. Ich find aber auch... Ich find auch super, wie die Rays immer noch A hält, äh B hält, wenn Fugi den ersten Stress auf A schießt. Ja, echt so. I will never. Was macht die Rente? Oh, ja natürlich auch der da in der Ecke, Alter. Äh, ich hasse diese Leute. Wie sie beide in Ecken gammeln, ne? Schlimm. Ja. Schlimm, 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 Alter. Ja, bei mir läuft seitdem, seitdem Bittstream hab ich, kack ich auch nur noch rein in jedem Match, Alter. Also seit gestern. Weißt du, wann das liegt, Tobi? Woran? Habt du zu viel im Chat, Lon? Ne, ne. Ja, das vielleicht auch. Aber meine, äh, Inkompetenz färbt ab. Da echt so, ja. Und da ja mich stimmig zum Teil. Ich geb's dem Juli wieder, aber im Sinne von ein paar Schläge auf die Kriste, Alter. Robi, du hast mal wieder Seil. Äh, nö. Ja, Alter, da war ich auf dem Head. Warum auch? Alter. Ich stecke rechts und statt zweit und zweit. Omen ist er auch. Links. Das ist ganz schön unehre. Da will er eine Rainer mit Ult. Ja, die kommt hier grad nach. I'm coming for your hands. I'm coming for your hands. Let's leave the machine. Look at that piece of meat. What? Eigentlich bräuchte unsere Raze 10 kills und Kevin bräuchte noch einen. Hm? Ja, so geht's auch, ne? Jetzt bräuchte die Raze, hätte die Raze noch einen mehr gebraucht. Kevin bräuchte jetzt einfach mal nur ein Ei. Einfach mal nur ein Maul halten. Autsch. Der krammelt ja bei der Kiste im ärgsten Headflitch. Aaaaaaah. Wir lassen ja echt nicht den Spike verlieren. Das ist der Moment, warum wir mal verlieren. Du trägst ihn ja rüber, Hawaii. Nein, ich geb ihn dir immer mit. Du nimmst ihn schon wieder mit, ich sag's ja nur. Ja, lass mal B gehen. Ja, ich will nur was machen in der Mitte. Wir sollen B gehen. One more time. Ja. Boah, das war ein wunderschöner Voice Crack. Ich will was auf Short machen. Ja, aber ja. Alles gut. Short Smoken und dann Mollyen, um hoffentlich Omen und Jet schon mal Damage zu drücken. Ja, ich zieh das Fenster und ich zieh hinten lang weg. Ja, natürlich. Der kommt unterwegs. Ich, wieso bin ich immer derjenige, der zuerst das Mord kriegt? Ah, Leute. Sorry. Voll Arne. Jetzt kommt der Omen rechts von A durch. Und geht der immer Short. Ja, geil. Schön, Dieter. Don't you dare kill my Arne, du Bitch. Und geht der immer Short und jetzt nicht. Jetzt kommt der Gar. Ist B clear? Ja. Chill, 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 chill. Nein. Mein Gegner übrig. Jetzt ist B clear. Auf da. Und Kevin. Kevin, du hast Blower Papers. Steht sehr massiv. Kevin, camp dich ins Campe Egg. Das ist nicht das Campe Egg, was ich mein. Ja, alles klar. Passiert. Ab mit euch beiden ins Campe Egg und gerade für CDQs. Ja, stell dich da hin. Kevin ist ganz gut eigentlich. Mord noch vielleicht den kurzen rechts. Ist das deine Ulti, Dieter? Ja. Stell dir die Sicht. Hier kommt die lächte Seite von Spawn aus. Ist On-Spot? Letzter lebender Spieler. Nee! Geh weg! Geh weg! Die Ulti hab ich geschluckt, du hast. Aua. Ja, die ist über dich zurückgeflogen. Das lustige ist, sie hat ja die gleiche Idee wie ich, nur das richtig rumgegangen ist. Wissen nicht. Will die irgendwer haben? Ja, gibt ja. Wo bist du? Alter, hab mir das gemacht. Wo ist der nächste Plan, Menos? Mitte. Mitte. Es geht nur ein paar, die meisten über Second-Bit, also über B-Mitte. Weil da ist viel leicht anzugreifen. Kann man wer gucken, dass der Omen diesmal nicht durchfuscht? Ich versuch das gleiche, was ich grad versuchen wollte nochmal. Diesmal kam nur die Rayna. Was soll ich gucken? Second-Bit. Klappe zu, Affe tot! Fenix ist P durchgepusht, Raze ist Mitte. Erschreck mich bitte nie wieder so, Rayna. Von hinten einer spawn. Spawn aufpassen. Oh, ich bin tot. Ja, ich bin irgendein und dem 2. Ich bin toter Mann. Du bist am Leben. Ah. He's alive! Komm zu dir, Arne. Raze war zuletzt Mitte, der Tobi. War er peaked. Ein Gegner übrig. Geht B. Warte, Arne geht immer B. Ich weiß nicht nur die Raze ist hin, es kann gut sein, dass die B gegangen ist. Ja, dann soll sie halt B sein. Ja, ich ulter einfach rein. Ah, und die zockt Mitte noch ab, Alter. Okay, so geht's auch. Aber was ist das denn? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Wir sollten ihnen Angst machen. Omen, du bist an. Genau, Kevin. Mach dir mal Angst, Alter. Ja, da, Kevin. Komm, sag dir das. Gelln. Wir lassen sich ja nicht von überängstigen, von dem Smoke. Meine Schotten. Wirft ne Granate auf sich, das hilft's normalerweise. Ja, was für Granaten? Ich hab keine. Ja, ne? Hm. Äh, Tobi? Danke. Ja, das ist so der... Du... Du hast da nicht gewonnen. 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 Tobi, geht das bei dir noch gar nicht mit, äh, Amazon Prime? Doch, doch. Man kann mit einem bei mir. Einer Mitte. Jaaa. Quaid Walker ist, äh, Raina. Sattelments mit Mitte die Raze. Ne, die kam ich da. Oh, schuue. Sorry Tobi. LOL, Omen ist auch noch da. Nice. Letzter Leben der Schuhe. Ja. Ich kann bei mir mit allem Sub. Ein Hit und sie mich doppelt. Switch Prime Abo ist noch ein bisschen schwierig dran zu kommen, mit solchen neuen Versionen. Was war denn? Das wäre... Das wäre leicht gewesen. Switch Prime Abo zu finden ist schwierig. Bei mir ist das... Was war denn ihr Plan? Ey, da muss man doch einfach nur Sub und damit gratis Sub, oder nicht? Ja, aber das... Das ist bei mir... So hellgrau. Also so, dass ich einfach nicht draufklicken kann. Ja, dann schätzt du was Wannes und Sub, oder? Hast du... Vielleicht Wannes schon... Genau. Hast du die Wannes schon gewonnen? Ja, ich geh mal... Abo... Abo... Bitch, wo konnte... Ja genau, Abo... Ja. Okay, für eins war eh noch dabei. Ich bin auch noch bei einem dabei. Nö. Nö. Homage. So, einen Tag im Affiliate direkt wieder rausgenommen, Alter. Nö. Ne, also man kann doch mal abonnieren, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Hm. Trotzdem danke, dass du es versuchst, ne? Ja, alles gut. So, dann haben wir ja alle mal einen Titel jetzt, ne? Hier. Vorbote, Erdbeben, Wacken, Bio-Weapon. So habe ich das Spiel eigentlich immer noch auf Deutsch. Ja, ne? Äh, echt schlimm. Ich hab's noch auf Englisch tatsächlich nicht. Äh, auf Deutsch. Ja, immer auch noch auf Deutsch, Entschuldigung, ja. Muss ich mal kurz mal ein Spiel neu starten für jetzt. Katja kann ja noch mitmachen im Letzten. Wo stellt man nochmal das Spiel... Oh Gott. Kann man auch nicht. Wo kann man uns einstellen? Äh, Einstellung, ne? Tobi ist direkt auf alle. Ich hab nur Text. Nein, Sprache, aber sonst nix. Ja, das ist Text-Sprache. Klingt das logisch für dich? Ja, ja, Text-Sprache. Die Sprache ist für mich halt eher wie die Sprache im Text selber. Also nicht was... Wo ist... Also... Ja, egal. Ich glaub, Dieter... Lass es. Ne, aber zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Singleplayer Open World spielst, dann hast du Text-Sprache. Wo die ganzen Menüs und alles dabei ist. Und dann hast du nochmal Untertitel für die eigene Sprache. Und nochmal Dialog-Sprache. Aber hier sind ja keine Dialoge. Es sind trotzdem Sprüche da. Ja. Geht man da am sehen? Verdammt. Dann gibt's hier ne Dialog-Sprache. Die Sprache sind ja auch oft... Ich glaub, das ist allgemein-Sprache von dem Spiel. Ja. Was ist hinter Audio? Dann sollen sie's nicht Text-Sprache nennen. Ja. Was? Sprachausgabe? Ne. Ist das bei Allgemein? Ja, ja. Ne, bei Audio nicht. Sprachausgabe. Du kannst gern Englisch mit Spielen reden. Aber es so antwortet's dir, Frage. Geräusche. Sprachchat. Sprachausgabe. Sager-Gameplay, Agenten-Info. Boomer. Unter anderem hast du mal wieder Memes gemacht. Ja. Ja? Ja, ja. Weil letztens war im Stream Schach-Battle und Fabian hat wieder auf dick gemacht. Auf der Bubble. Das war super, ne? Und seine Pokale, Dieter, ne? Und seine Trophies, alle vom Schach. Und er hat in der Grundschule Schach gespielt. Er ist so gut. Schau mal auf Stream. Ja, gut, aber lass mich mal hören deine. Soli! Darf ich böse sein, Tobi? In deinem Stream? Wieso? Dritter Platz werden von drei Teilnehmern ist keine Kunst. Was? Richtung Fabian. Ach, ich komm jetzt dazu. Also brauch ich immer mehr Angst zu haben, letzter zu werden. Ne, ne, aber warte mal, Kevin. Meinst du grad wegen Fabian? Ja, ja. Nein. Geh auf Steam online, ich zeig dir die, Alter. Ich komm ja schon, du kennst mein Internet. Es braucht halt zwei Jahre, bis ich mal den Launcher angedeutet wahrnehmen kann. Die ersten zwei Pixel und so. Ach so, ach so. Ungefähr das Fadenkreuz von Tobi halt. Ich muss leider zugeben. Oder die Skill-Reichweite von Fabian. Uff. Ich muss leider eine Sache zugeben. Der Spruch trifft nicht nur auf Fabian zu, sondern auch auf mich. Allerdings bei mir ist es Judo und ich hab auch nie gesagt, dass ich gut Judo kann. Ja, ich hab... Ich wollte bei dem Wettbewerb auch nie mitmachen, aber ich wurde gefühlt gefreiwilligt. Also... In meiner Klasse war ich der dritte von drei. Also von daher... Schwierig. So belätsst du mich ein? Jo, warte mal. Ich finde als erstes, das bist du Lieder. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Hat er überhaupt der von uns Katja? Ich glaube nicht. Oder ist Tobi da gerade dran? Ja. Ja, ich muss das mal bestürstellen. Ich hab Katja. Jetzt ruhig. Mein Gott, Katja, hier, Alter. Oh, Katja. Oh, Katja. Du müsstest halt so richtig mega meinen Kopf machen, ne? Ich hab so eine Weine. Ich muss reinpacken. Das ist Fabian. Fake Pfeifers. Und such einmal seinen Ventilator und weg ist er. Oh, Leute. Katja, du hast gesuppt? Hm? Warum würdest du mir das nicht angezeigt haben? Hast du ein Dattchen? Oh, nicht. Dankeschön. Katja hat beim Schreiben das A vergessen. Wait, warum hast du sie angezeigt? Warte mal. Natürlich weiß ich, dass du sie hast. Lol. Du dürfst sie auch an. Nee, hab ich tatsächlich nicht, glaube ich. Ich hab sie nicht geändert oder sie mich nicht. Oder hab ich sie? Dieter ist der Geilste hier. Schreibt der Dieter Dödelschwänger. Eeeey! Wenn, dann macht ihr wenigstens noch einen eigenen Account. Och, ich hätte da noch. Warte mal, wie ist der noch? Ähm. Aber Dieter. Sexy, siegfriedsiges Mund. Ja, moin. Irre. Ähm. Aber Dieter. Dein Name ist schon ein bisschen inappropriate, ne? Also. Alter, leck mich mit inappropriate, ey. Ich war. So. Äh, sure. Wenn Origin das so zulässt, dann lässt du das auch. So, aber dann schau ich gleich mal was mit dem Subs, die aufhört. Natürlich ganz kurz Pause machen, wir schnell was zu trägen wollen und schnell an die nicht Sub, äh, Sub schnell, ähm, Werbung schreien. Nichts. Ihr werdet nicht so passen. Du nur, äh, mir schnell was holen. Bis gleich. Guten. Gleich. Wie fick. Achja. Aber warum bleibt mein Stream die ganze Zeit hängen bei mir? Das ist, das, das triggert mich gerade ein bisschen. Triggert mich gerade ein bisschen hart. Es steht 2-2 gerade. Oh. Das feine Battle beim Best of Five. Wer gewinnt? Ich bin von Alena. Ey. Oh, ey. Oh, 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 oh. Ich bin schon hart. Fuck. Der in der Hand. Gewinnt Alena nichts sonst immer? Richtig. Ja, mach mal, Kevin. Ja, ich wollte fast Pleite gemacht, die hat mir 7 Fails reingewirkt heute schon. Ohohohoho. Nice. Muss mit Tobi sprechen. Ah, der hat irgendwie Sonderrechts. Er hat, fühlt ihn nicht. Wieso? Steht 3-2. Ja. Als Zwischen wurde Kevin ein bisschen gemobbt. Geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Hab ich gerade zweimal hintereinander gegen Annalena gemobbt? Ja, hast du. Hast du tatsächlich, Arne. Weil es stand ja vorher 2-1, jetzt steht's. Ne, ne. Doch. Oder? Doch. Doch, es stand 2-1 für sie. Und du hast jetzt gerade zwei Runden hintereinander geholt. Ah, easy. Lass mich raten, Katja, du bist gar nicht im Chat aktiv, doch bist du. Okay. Kommt die nächste, die mich ausnimmt wie eine Weihnachtsgranz. Jeff und hör einfach auf zu challengen. Das macht selbst Annalena wieder glücklich. Echt so? Ihr wollt mich nur bluten sehen, ich seh schon. So, hab in den Boss rein. Fuck, ich wollte eigentlich heute schlafen gehen, ne? Einfach, eins machen wir noch und dann kannst du in die Halle. Annalena, das find ich jetzt nicht nett von dir. Ja, TV, ich glaub das ist nix. Ja, TV hast du? Ja, ja, TV. Gehst du schon hin? Ja, ich kann jeden ganzen Tag pennen. Ich mein, 12 Stunden am Sonntag ist passiert eh nix. Also die ersten 4 Stunden werde ich penne und dann werde ich anfangen zu lernen. So, jetzt haben wir einen Boss, wir haben den Heist laufen, kommt. Ah fuck, Tobi, Stream ist gerade offline gegangen bei mir. Hm. Stimmt. Oder zumindest, zumindest hat das Pause-Ding aufgehört Animationen rauszuwerfen. Ja, und jetzt, sorry, Streams offline bläht. Lannst du mir twitchen und wieder Alarmarsch, ich ist halt. Ne, ne, jetzt betrügt Tobi uns schon um unsere Punkte, die wir gerade alle gesetzt haben. Oha, Arne. Meinst du, ein Rechner ist gerade gestorben? Oha, das ist er. Ne, Punkte gehen noch. Alter, Haus. Haus wie Work oder wie? Ja, ich seh es gerade. Ja, das sieht ganz geil aus, aber es kommt in den Rank. Am 16. Am 16. droppt die neue Season. Du kannst jetzt auch bei deinen Scopes einstellen, welche Farbe die haben sollen. Tobi, dein Stream ist abgekackt. Ja, du kannst hier Tarn oder Schwarz oder Grau bei dem Akku oder so. Okay. Achso, ich dachte, du meinst jetzt der Red Dot oder das Vizier Harzera. Nein, nein. Die fahren bleiben so. Ei, Annalena. Lol, mein... Mein Streamlabs ist abgekackt, während ich wegkomme. Und danke für den Follow, Annalena. Mein Streamlabs ist einfach abgekackt. Ehre, haben wir gemerkt. Was ist das für eine Nummer? Der Bot hat uns sauch hart denied, glaube ich. Oder? Zieht er noch die Heiß durch? Ne, der bei Heiß ist noch online. Ah. 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 Oh, ich habe euch alle genutzt. Easy. Uff. Und? Uff. Uff. Und mein Sven? Uff. Uff. Warum auch? Warum auch? Ich meine, manchen... Weiß nicht, nee. Kann nicht sein wegen Research. Ich habe übrigens gerade versucht, weil ich dachte, ich habe schon einen kostenlosen Monat gehabt bei Amazon Prime mit meinem Account. Habe ich mir noch einen Account gemacht, aber dann musste ich ja mit Handynummer und keine Ahnung was. Also habe ich wieder bei meinem Alten geguckt und das ging. Aber jetzt... Dann habe ich extra den Monat angefangen. Also muss ich mir einen Reminder stellen, dass ich danach nichts bezahle. Ne, lol. Und jetzt ging es nicht. Ah, sorry, ich habe abbezahlt. Die Frage ist denn, wie viel bekommst du nichts mit? Uff. Ey, Tobi, ist denn der Klima schon da? Nein. Erstmal in die Wunde Salz rein streuen mit anders viel Hass. Uff. Er hat schon eine Hass-E-Mail geschrieben, Dieter. Uff. 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 Tobi, jetzt habe ich... Uff. Jetzt habe ich zweimal hintereinander gegen Annalena gewonnen. Achso. Du warst die Einzige, die überlebt hat. Annalena. Ja. Ja, das war der Ergste. Sie haben gerade... 153 Punkte gewonnen. Ja, 123 Punkte. Und Arne hat uns alle platt gewalzt beim Boss. Und Arne hat dich sogar gechallenged, ja. Ja, hat. 3-2 stehen. Ja, sie ist gerade nicht bei Tobi im Chat drin, tatsächlich. Weil, äh... Ich auch. Können wir dann anfangen, bitte. Weil er abgeschmiert ist. Genau. Weil der Stream ab... Ja, nicht weil der Chat abgeschmiert ist, sondern weil der Stream abgeschmiert ist und sie will ja mitkriegen, was im Stream passiert. War natürlich ein Fivebrain-Move dann bei mir in den Stream reinzujoinken. Also, äh... Kennen wir das nochmal? Reinzulurken, so. Wobei das ja kein Lurk ist, sondern nur aktiv im Chat bist, hm. Da wirst du mir angezeigt. Katja hat einen Monat auf Stufe 1 abonniert, aber nicht im Streamlabs oder ähnlichem. Lustend. This is not acceptable! Schreib mal kurz was im Chat, Katja. Also irgendwie hi einfach nur, oder so. Hii büms 1, Katja. Ich will schauen, ob du das Sub abzeichnen hast. Oh, ja. Ja, Moin, sie hat sogar noch First Sub. Hä? Founder. Abzeichnen. Twitch Prime, Gründer. Einen Monatsabon, ne? Achso, weil ich auch Twitch Prime hab, aber ich kann natürlich nicht über Twitch Prime abonnieren. Macht klar. Also macht dann... Macht klar. Moment. Glaubst du nicht, der Held? Tobi macht in der Nacht die Balkontüre auf. Mir ist arschkalt. Er deckt sich zu und liegt dazu noch auf meiner Decke. Hahahaha. Er hättest mich halt einfach aufgeweckt. Hahahaha. Oh ne, irre. Annalena soll mal Challenge annehmen, Kevin. Ja, kann sie nicht. Aber wenn der Stream off ist, kommst du nicht in den Chat rein in Mobile. Habe ich vorhin auch schon probiert auf dem Tablet. Dann geht er in die Chatwiederholung rein. Der Stream läuft doch wieder. Wurrt er das? Ja. Voll lange. Schon seit, äh... Sehr gut. Ja. Dann, äh... Muss ich wohl meine einzige Zuschauerin abgeben. Schwierige Hausnummer. Ja, ich hab deinen Stream auch die ganze Zeit trotzdem, aber egal. Okay. Ich auch. Ahaha. Aber Ane, seit wann und so ne Frau? Hahahaha. Hahahaha. Reuh dich. Bruder noch gut rumgerissen, du. W Presidential. Äh... Einfach nur treu dich, mehr leid als nicht. Gatja Bitch. Ah... Gwear, Gwear, Rentner. Aaaah. Zum tame новый Homer? GEVAL danne ich mich umgemaß. Also ich fahre, dass ich das mal oben angezeigt bekomme. Ja, gerne. Danke, danke. Mir fällt gerade spontan auf, meine Chatnachrichten werden gar nicht angezeigt. Das ist eine Irre. Hatte ich nicht... Ah, ne, Moment. Das Chatding hab ich noch gar nicht drin. Du hast keine Chatbox eingefügt, ne? Die hab ich, glaub ich, noch beim AFK drin, ne? Ja, auch nicht. Doch, beim AFK-Bot hab ich den Streamchat drin. Ah, ne, warte mal bei der... Hä? Doch, ich erinnere ein Gefühl vom... Jan, Jan called gerade rein. Ja, warte mal. Warte mal, Jan hat mir gerade geschrieben. Ähm. Jan, äh, willkommen zurück. Sorry, ich weiß nicht, während der Pause einfach mein Programm abgekackt. Jan, hörst du den Stream? Jetzt kommt Jan wieder mit Audios Kacke. Wer den Stream hört? Ne, ne, ne. Ich will schauen, ob er, ob ich so reden kann und der so hört, oder ob ich über WhatsApp schreiben muss. Hier sieht's so aus, als würde ich über WhatsApp schreiben müssen. Ähm. Hahaha. Tobi. Äh, was denn? Gieß die auch? Achso, stream zu leise. Ja, das ist so ein Problem, das kenn ich schon länger. Was, was, was? Ich hoffe da gar nichts rein. Aber, Annalena... Hilf mir auf die Sprüngekläfe. Worum geht's? Ähm. Das prinzipiell deine Stream-Audios sehr leise ist. Also, du bist genauso wie auch, äh, Yoshiko-Chan, also Shanti, bin ich der Meinung, ihr seid die zwei leisesten Streamer, die ich in meiner Subliste habe. Also, in meiner Follow-Liste. Ich bin leise. Ja. Aber ich hab doch extra einen Filter reingepackt. Ne, der ganze Stream ist zu leise. Also, alle anderen, du und... Nee, find ich nicht. So, dann drehen wir's halt jetzt auf 20, dann drehen wir jetzt auf Maximal Overdrive. Oh, ich hab mein, ich hab mein Mikrofon die ganze Zeit aus. Ja, auf ganz, auf ganz angenehm. Oha. Boah, irgendwie meine Ohr. Na los, Annalena. Oh, da hast du Angst. Hahaha. The challenge is real. Boah, jetzt ist er noch lauter. Also... Aber wieso ist meine Chatbox nicht funktionell? Das finde ich jetzt ein bisschen unehre. Äh, Jan. Ich bin so lost. Arne? Arne? Der Sound mute. Ja. Bitte? Arne? Ja, ich war im Chat, ähm, Stream hören. Willst du in den Band, lol? Ähm. Ich soll dich ganz lieb fragen... Ach, jetzt auf einmal ist meine Chatbox wieder da. ...weil er lonely ist und es gerne wollen würde, ob er Bock auf ein 3 gegen 3 hat. Und zwar ist es Jan. ...abgelehnt. Hahaha. Sag mal, Annalena, als du geschrieben hast, äh, war bei mir da irgendwie eine Chatbox? Nein! Wo der Chat angezeigt wurde on-screen? Da, links wird ja angezeigt, Kevin. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich will nur wissen, ob das bei ihr auch der Fall war. Ja, warte, ich kann immer... 3 gegen 3 wäre doch witzig. Nee. Dann embarrass ich euch nicht so. Ja, Jan, ich hab versucht, irgendwie Arne zu überreden. Aber Arne ist einfach so ein absoluter... No private whatsoever. Ja. Arne gibt halt in dem Fall einfach gefühlt gerade einen Fick auf dich. Er gibt einen Fick auf alle Private Games. Ja. Das war schon schwierig, den Kerl zu Freiwilligen für, äh, Lukas. Das ging Lukas, ja. Äh, was passiert eigentlich, wenn ich meinen Bot schreiben lasse? Nicht der Streamer, sondern der Bot, bitte. Ah, doch, geht wohl, okay. Ja, ja, links wird angezeigt. Okay. Da hab ich noch nicht drauf geachtet. Und dann ist auch schon ausgeblendet gewesen ab dem Punkt. Das ist ja eigentlich schön. Arne denied, ich hab der Mongo. Okay. Und dem schenke ich einen Sub. Ja. Ja, also wirklich, Arne. Und dem schenke ich ein Spiel. Oh! Wenn ich jetzt so runterziehe. Oh! Arne, was geht denn jetzt ab? Hehehe. Sehr viel Stress. Äh, du kannst es mal ausprobieren, aber ich glaube tatsächlich nicht, weil ich mein Bot noch nicht eingerichtet habe. Abgesehen davon, ihr habt beide noch keine Points bei mir. Weil ihr noch kaum geguckt habt. Doch, das reicht. 65 reicht nicht. Sicher? Ich glaube, es sind nur 50, die wir zahlen müssen für eine Challenge. Oh, Gott, ja, Alter. Hehehe. Gott. Nee, 100 gewinnst du, wenn jeder 50 zahlt. Du musst auch mal Emotes reinmachen und so ein Zeug. Uff, Annalen. So viel dazu. Äh, ich meine, Tobi könnte mir auch den geheimen Command geben. So wäre es nicht, aber... Ey, du musst einfach noch der Current ziehen, musst du Points geben. Äh, ach da! Der musst du mir auch Wäsche geben, ich muss Annalena hier weiterstellen. Äh, ja, machen wir. So, einmal haben wir da einen Tag. Kann ich... Wärt ihr sauer, wenn ich DVD spielen gehe? 90, 100, ja, lol. Lol. Ich glaube, ein random Teammate wäre gesünder für euch. Da ist Annalena play. Wäre halt angenehm, aber wenn Annalz oder Anti ist, dann zockt ihr mit Jan DVD. So. So. Ihr könnt. Das ist, äh, ist ja eine allein. Ja, eben. Das ist eben miese. Alles wieder anders an der Stunde. Als würde Janis nicht aushalten, mal kurz ne halbe Stunde nix zu tun, macht er doch schon den ganzen Tag. Ja. Ey, der war heute feiern. Oder? Funktioniert Challenge bei mir nicht. Ja, guck, ist doch nix zu. Scheinbar nicht, Kevin. Scheinbar. Da geht Challenge bei mir nicht. Scheiße. Doch, doch, ich schwimmen, Alter bitte. Müssen wir alle, Kevin, stellen wir mal nach und schieben ein bei dir, ne? Machen wir. Stellen wir mal bei dir ein. Ja, aber wir könnten dann nicht battlen, Annalena. Das tut mir leid. Wie viel? Wie viel hast Kevin mir jetzt gegeben? Ich hab euch beide genau auf 100 gesetzt. Ah, aber ich kann drüben wieder Annalena challengen. Lass der Abendfrau doch mal ein bisschen Zeit, um zu netzeln. Nein, das geht nicht. Okay, naja, dann bin ich mal raus. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. So, danke nochmal für den Zap, ne? Ja, klar. Ich glaube, Dieter wollte gerade sagen, dass er reinhaut und Jan hätte mitmachen können. Ja, aber irgendwie. Dieter, machst du jetzt noch eine Runde mit? Ja, würde ich schon, aber da würde ich gerne langsam mal anfangen. Ja, gut, dann mach. Start einfach. Katja lässt die Gruppe, bei mir steht sie, dass sie noch in der Gruppe ist. Ja, aber sie ist nicht mehr in der Lobby, aber in der Gruppe. So, like, hä? Keine Ahnung. Bigger Brainfuck. Einfach nur Just Riot Things. Just Riot Games Things. Just Riot Games Things. Okay. Weil ich hab' das Geld ja eh aufm Konto jetzt. Ahaha, weil ich einen durchgezogen hab. Flex Flex? Äh... Du brauchst ihn halt echt nur einmal durchzuziehen, dann kannst du dir eine Emote kaufen und gut ist. Es ist... Es ist angenehm. Und ich hab' ihn halt nicht hingekriegt, ne? Ja... Weil du zu inkonsequent hast. Er ist zu spät eingestiegen und war dann zu inkonsequent, ja. LoL, was soll das jetzt heißen? Wir würden das eigentlich jeden Tag durchziehen müssen mit Anders Hass. Ja, jeden Tag. Fortnite pack ich nicht. Ich weiß. Das mut' ich dir auch nicht zu, Tobi. Okay. Dein Sekunden. Uuuuhhhhhh. Ah. Uh... Hmhm. Kein aus... Haha, wow. 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 Ah, herrlich. Match gefunden. Match gefunden. Match gefunden. Metsch gefunden. Metsch gefunden. Huuuhhh. Bist du auch bei mir im Chat eigentlich unterwegs? Ne, ich hab dein Dings offen. Dein Streamer. Für den View. Ah ok. Den Chat müsstest du mal lesen, der ist gerade auch wieder ehrlich. Den seh ich auch. Die talksen sich gerade gegenseitig an in meinem Chat. Was heißt hier gegenseitig? Das geht ja wohl von einer Seite aus, ok? Ich hab nichts gemacht. Also ich mag wieder Dude instant surgen und... Das ist ein Netter. Ja, weil der weiß, was er zu tun hat. Jetzt muss er nur heilen. Der ist halt Main-Supporter. Naja, der kann ja auch selbst benutzen, um sich die ganze Zeit nur selber zu gehen. Ok, so ein Netter kann's auch sein, ja. Ja, das stimmt wohl. So wie auch einige Leute in Medic in Battlefield spielen. Ja. Ja. Ah, nein. Was läuft hier? Naja, am Wochenende sind immer manche ein paar Dienste zu erledigen, wie zum Beispiel Autos desinfizieren und so. Achso, alle putzen. Ja. Und wenn aber während... So alle drei Monate kommt ein neuer Turnus an Zivildiener, ne? Und wenn dann einer die Prüfung nicht schafft, dann kann er die nächste Prüfung erst zwei Wochen später machen. Das ist bei uns wieder mal passiert. Anna hat die Prüfung nicht geschafft und der wird dann als Innendienst-Zivildiener abgestellt. Er darf halt nicht Auto fahren oder irgendwas im Rettungsdienst machen, sondern muss putzen. Ich war schon so ein bisschen angefressen, weil ich morgen Auto putzen muss, aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass er dafür eingeteilt wurde. Genau so unehre wie mein Stream, der schneller stehen geblieben ist bei mir. Mein Multistream. Bei mir läuft er noch. Ja, ja. Multistream. Anna-Lena traut sich schon wieder nicht anzunehmen. Bin wie fan anzunehmen. Ich gehe bei der Arne A. Ja. Ich werde nicht in meinem Chat 2x2 töten. Ja stimmt, war ja Mobile. Ganz vergessen. Äh. Bei mir kann man ja noch keine Challenges machen, aber machen Tobi und ich gleich. So. Ah, jetzt geht's wieder aufs Maul, Arne. Jetzt geht's wieder voll auf die Nuss. Was heißt aufs Maul? Es steht 3-3, okay? Ja. Komm mal runter. 4-3. Voll lit. Arne, hast du hier das? Ja, nice. Deckung unter mich. Könnt ihr mal bitte Mitte weniger wegbomben, ob ihr doof seid? Anna-Lena Challenge ist schon offen, muss nur akzeptieren. Ich hau mal rein, Dieter schrei, wenn was kommt. Es kommt was. Bro. Mit dem Laptop bei Kev, aber mit dem Handy bei Tobi. Ehre. Nice. Ja, er drückt mit zwei Head und der Head kriegt zwei Body. Ja, ich hab auch was draufgekriegt. Ja, ich hab auch was draufgekriegt. Ich brauche A-Hilfe. Ja, ich bin auf dem Weg. Sage tot von den Gegnern. Ja! Oh Gott. Äh, Reiss ist links. Omen ist long. Also Short ist Reiss und Omen long. Danke. Was so ein Dankeschön wert. 4 zu 3. Sorry. Oh Gott, Arne. Da geht das Mobbing los. Wo ist deine Punkte wieder? Ah, musst du auch mal ein Challenge verlieren können. Hast du eh schon so viel gewonnen. Du bist die reicheste im Ganzen. Die Combat. Ich hab Chat. Ich hab nicht mal so viel. Ich hab nicht mal so viel. Ich glaub ich kann noch zwei Challenges gegen Annalena verlieren. Dann das Riff. Oder es wird jemand getimeoutet. Was soll das denn jetzt heißen? Ein Call der schlechter Verlierer. Willkommen in Annalenas Welt. Da ist der Call von Arne, ne? Nö. Weißt du, Arne, es ist ne Frau. Weißt du, ich hab 200 Punkte. Annalena hat 8000. Es ist egal, das ist ne Frau. Die sind alle 10. Du musst das Universum einfach ownen. Merk schon, merk schon. You own ja auch die Punkte in Tobi Z. Das ist richtig. Äh. Warte. Reiner, guck mal weg. Ja, geht auf. Oh Gott, Sage close. Ja. Ein Gegner. Hä? Der ist das hinten. Der ist das hinten. Musstet ihr grad die Eiswatt unter mir wegschießen? Dieter hat grad alles und jeden gekürt. Portiert nach C, äh B. Also nicht mehr hier, ne? Der kommt unterwegs. Was? Nein. Guck der hinten. Scheiße Ecke da drin. Ja, ich werfe auch noch weg. Arne mach ihn. Arne. Arne. Chill, 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 chill. Noch 30 Sekunden. I know what I have to do. Nein. Arne. 101, ja. Du weißt, du hast das, ne? Kevin hat das ganz sicher. Wir haben beide gleich viel HP. Der fängt hin. Das war nur die Knight, ja? Jetzt weißt du wo du bist. Du kommst irgendwo links. Ich hab den Knight Steppen hören. Ja, das hat ein Ace gemacht. Wir sollten ihnen Angst machen. Omen, du bist dran. Ich probiere. Ich probiere Brimstone, okay? Ich probiere. Ich probiere. Es ist nicht so einfach. Ich probiere so hart. Wegen dem fast Ace, wegen dem... Ace hatte der Wichser schon sein Ulti voll, deswegen. Ja. Ich hab da was im Chat gesehen. Ah ja! Ja gut, bei mir sind's die langen Ha-Ha-Ha-Wa! Nein! Hört auf eine Granate in den B rein zu schmeißen, fühl ich ja gar nicht. Tief hier. Ich glaub Steps in die Mitte. Oh ne, die waren von Sage, okay. Ja. Gegner gesichtet! Gegner gesichtet! Bunker Cap. Erase hat einen Hit. Spike! Oh Gott, Raynor steht da. Hat 25 Damage. Scheiße. Ja, da stehen noch zwei. Hast du den Omen gesehen? Der hat da recht durch den Holzfald kassiert, neben dem Dieter Gart steht. Kennt Annalena eigentlich so Bilder von... Besonderen Bilder von mir? Kannst du mich vielleicht heilen auch? Was soll das denn jetzt heißen, Annalena? Jetzt fühl ich mich aber hier beleidigt. Nee, nee, nee. Ich will, dass ich pleite geh. Für jeden Pleite machen. Lass uns! Spike platziert! Explosion! Warte, jetzt kann ich aber nachgucken, wie viel es kostet, eine Challenge zu machen. 100. Tipp! Oder nee, 50. Ach so. Letzter lebender Spieler. Ach Gott. Ja, da wollte ich 224. Jetzt habe ich 176. Schön. Na und geh auf einen Exit. Die HP sagen nein. Habe ich auch gesagt. Da steigt die direkt drauf ein, Tobi. Ach was? Die besonderen Bilder, die ich genannt habe. Glaub ich nicht. Glaubst du nicht? Habe ich nicht. Das hast du nicht. Hm. Alle tief durchatmen. Eure Herzen fliegen. Nur das Lange herrliche, die mir gezeigt habe. Gehst du hier gut, Tobi? Was? Du solltest tief durchatmen, dann hast du.. Atmen, dann hast du gesagt. Äh, Moment, das ist kein Rayner Call. Wait a minute. Sicher? Klang so, als wäre es von Rayner gekommen. Jaja, aber das.. Das klingt halt nicht nach Rayner, so von der Art her. Ich habe nichts auf geachtet. Das klang irgendwas.. Ich hab's schon wieder vergessen, bruh. Alzheimer ist da, macht nix. Färbt halt ab. Auge. Ne, um. Um ins Druck. Was verdammt denn, Alter? Ah, sind ein Haufen Snaps, Schnuppis. Cypher macht Auge. Äh, Nevermind macht Camp. Rainer macht Auge. Wir haben einen Ultpunkt genommen. Wir versuchen es. Ich hab kurz Steps auf Auge gehört. Gegner, Gesichter, Gesichter. Was kommt denn der Omen im perfekten Moment aus dem Loch gekrochen? Omen ist short. Und Rainer ist on Squat. Omen war short da drin. Alter Tobi, du... Wer auch immer mir grad den Arsch da so gerettet hat. Oh, sorry Rainer. Kommt drauf an, was dir den Arsch gerettet hat. Im perfekten Moment drauf, der kleine Pisser. Was hat dir denn den Arsch gerettet? Kein... Ich hab mich selbst geflasht und ich weiß nicht, was danach passiert ist. Auf jeden Fall bin ich nicht direkt. Ja, ich hab Auge gemacht und hab den auch lang getötet. Ja, danke. Ja, kein Dingo. Sind wir jetzt beim 5-4? Ne, ne, das war grad gegen Jan. Bei mir und Annalena steht noch 4-4. Ah. Da haben wir aber schon Blutensierungen. Sagt er ja, der sieben Runden hintereinander verloren hat. Ja, mich hat's schon genug ausgemolken. Mädel, hör auf mit der scheiße Mitte. Ja, die kommen wieder. Haben sie nicht gefühlt. Ich denke mir, die macht Auge in Mitte, die gehen irgendwo Sekt mit und so, aber nö. Die gehen sowas von auf. Ich glaub, dass die Re-Rotace tut. Sage ist noch in Mitte. Ja, Rainer, Cypher und Raze sind aufm Weg nach A gewesen. Bei Short lang. Wo Sage tut? Oh Gott, Cypher, Cypher sind... Cypher ist spawn von denen. Was zum... Alter, was ist denn mit denen Omen los? Keine Lade. Noch einer Short raus. Oh. Spike platziert. Ein Gegner übrig. Ich halte die E neben. On-Spot rechts, Kevin. Oh, dann... Das war Cypher, der letzte, ne? Kevin, der spottet dich 24-7, bis du's abmachst mit F. im Poker. Ah, ich verstehe. Eigentlich müsste ich safen gehen. Steht längst schon, war. Na ja, machst du nix mit 6 AP Alter, ich komm da lang und dann steht da der ganze Club von denen Drei Leute, Demi Hat sie grad alleine da heiß gemacht? Ich glaub schon, ja Ja, hat sie Wird dann jemand noch A kommen zusätzlich? Oha, du, Alter, das nimmt mich jetzt mit Ich steh'n dich Meine Art Ich kann auch mitgehen, ich bin grad auf A nicht gut Dann geh mal B bitte Ja, mein dich Hab ich schon mal gesagt, dass ich gut schreiben kann, Kappa Der Omen hat sich doch safe in heaven geteilt Cypher macht wieder Kamera auf A, da kommt der Bot gefahren auf A Und Kevin haut ab auf A Oh Leute, ich muss grad heaven's heaven Keine Ahnung, wo sich der Hände teleportiert hat Du bist so gut, Arne Scheiße 81, die Drecksreine Heaven, Omen 114 Damage Das kann doch nicht wahr sein Das kann doch nicht wahr sein Warte dann hoch, ich Ich blende Entschuldigung Rainer bei Onspot Hardlight Alles meins Scheiße Alter Scheiße Der KF, Alter Der andere so long, long Ne, sind alle tot, sind alle tot Sind alle tot, ahja Schön So ein Kack schon wieder Die Rainer kommt rum 81 Und ich krieg wieder direkt in Headshot Mit dieser Dreck Wandel Bullshit Kackwaffe Pupa Pupa Uuuuua Schmutz Einfach nur Schmutz Pupa zum Thema Heißt einfach wie der Hauptcharakter Haruka Findest nicht gut Hahahaha Ey Annalena Los Rüber Tobis Channel Tobis Channel Tobi's Challenge annehmen 4-4 Sie hat beides offen tatsächlich Naja das war's wirklich Ich hab hier vorhin die Nachricht auch gelesen Ich find schlimm Arne wie du recht hattest mit dem Omen ne Gegner entdeckt Komm das wär aber Das wär auch so'n weißt du Seven TP'n und dann die auf'n Spot up packen Ja dient Arne Ey 4-5 Scheiße auf B ehhh Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten Ach leck mich Ähhhhhhh Ich weiß genau wo ihr seid Wir wollen grad sagen wir gehen safen aber ähh ok Anne 2 sind auf B Die Blend'n B Ulti noch A, ne? Du hast noch Ulti. Spike platziert. Letzter Leben. Oh, Spyder auf B. Ja, die Reyna ist mit. Ich bin Tech mitgegangen. Das ist Domäne. Ich hab ja noch 30 in 1 gegeben. Oh, wow. Mach's ja nix. Aber die hängt er sich auch auf, okay. Das ist gut zu wissen. Kann doch wieder so ein Browser-Ding sein. Ne, ich glaub du brauchst noch mehr als 2 Wins, Annalena. Ich hatte davor 176. Sie vergessen ihren Platz. Die Schatten ist nicht weg jetzt. Wer kommt unterwegs? Boah, Raze. So aufm Wecker da drüben, ne? Was soll das denn jetzt heißen? Ja, und da kommt erst 2 lang. Gena. Annalena will, dass ich pleite gehe. Seifersackle mit. Ich glaub, dass der Preis eigentlich ganz gut ist. Ja, das war die Sage. Reynaud. Ja, immer noch A. Was macht denn Sage, Alter? Ich dachte, die hat lang. Letzter Leben der Spieler. Alter, ist die wieder blöde. Wie jetzt? Heiß, Randy's. Well, jetzt sag's, da oben ist noch die Kerne von ihm, ja. Und noch A. Spike platziert. Nicht nur dir, Annalena. Nicht nur dir. Loll. Was von das? Jogi, wieviel hast du... Ich geh da noch mehr in die Wand als alles andere. Weißt du, da denkst du, du kannst dich einmal auf die Sage verlassen. Ich muss sie kurz weg, wenn ich sie grad wieder challengen wollte. Warte, vielleicht krieg ich noch durch. Ja, guck, wenn Sage A geht, geh ich zäh. No, don't let me alone with that. Sie ist dumm und sie nervt mich. Was hältst du davon, wenn wir ein Dreiersteck machen? Ne, ne, Dreiersteck ist hab ich nicht. It's not, it's not a way. Wer kommt unterwegs? Fuck, die bewegen sich. Vier, sechs. Was jetzt? Okay. Du bleibst nicht. Komm nebenbei, glaub ich A. Ja, ja. Oh, nice, alle. Ich höre jetzt schon die Sache. Er drückt mir alles und sonst was durch die Wand, Alter. Wir go. Hier ist in Deckung. Omenons. Ne, hier ist alles noch Omenons. Zeitfallung. Tobi muss mir mal bald wieder Funke geben, wenn das so weitergeht. Wie war das kein Headshot? Oh Gott. Wir haben noch 32. Bruh. Oh, da hat er. Er hat einen Omen dabei. Äh, Operator. Ist ja auch eine Ehre. Das ist die Idee Omen im BF-Team. Ja, ich hab 300 Punkte von ihr bekommen. Jetzt kann ich Annalena weiter challengen. Sucht meine Schatten und sie will ruhig verbergen. Blöd gefragt Annalena, was benutzt du eigentlich für einen Browser bei dir? Annalena ist doch kurz weg, oder? Ja. Ja. Ja, wenn Tobi das auch schlubaut hat. Arno, was benutzt du für einen Browser? Soweit ich weiß. Boom. Okay, dann ist das wirklich so ein konsequentes BF-Problem. Ich bin nicht nur ein Schatten. Die Schatten bewegen sich. Wer kommt unterwegs? Wenn die Map schwarz ist... Oh, ein Smoke auf C, das wird ein harter C. Ja. Geh mal rüber, Arno. Machst du hier noch? Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Steppen hart. Gegner gesichtet. Och, Sage, Alter. Du dumme Pfundsmann. Ja, Sage. Du dumm, Alter. Du dumm, Alter. Du dumm, Alter. Du dumm, Alter. Das ist der Operator. Ich hab mich auch nicht gedacht, Alter. Das ist fucking Sage, Mann. Rainer mit den Operators, okay. Wieso schauten wir jetzt immer noch nach hinten, wenn ich dich tot habe? Du dumm, Alter. Fuck off. Ich weiß genau, wo ihr seid. Merde. Ja, ich ja wusste, ne? Auf geht's! Oh, drei Minuten. Die Flasht hat mir mal gekleppt. Ein Gegner übrig. Jaaaaaa, schönes Ding wieder. Noch 30 Sekunden. Auch wenn da hinten Waffe geweckt ist. Geblendet! E-Flash trifft. Ich seh es ist ja da hinten links raus oder läuft Richtung B? Und dann ist der 2nd mit. Ja. Blendet auf B. Blendet auf B. Spike platziert. Treff aber ganz knapp, du. Was hat er eh gehört? Ich bin einfach drauf, so Rambo mäßig. Du kannst die Hoffnung haben, dass er noch die Operator hat. Dann bist du besser dran, wenn du rennst. Arsch. Rechts, ja. Ja. Natürlich hat er noch die Dinge in uns. Ja, jetzt rennt er. Get his ass. Jetzt töttet er dich. Er ist nach links ab. Ja und er ist noch in spawn geschafft. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Oh nein. Er hat nur was mit M ein, dass ich jetzt nicht hoppen will wegen Tobi im Sein Chef. Er ist hier. Meinst du was wie Mother Trucker? Nee, schlimmer. Ähm, N-Wort. Was ist mit N? Ja, ne, A, ne. A, lass mal liegen. A, Alter, verpiss ich mich da. Kevin sagt Bescheid, wenn was passiert. Naja, ich hör ihn mal. Ihr seid dich, Cyphers Gerätschaften. Die Jagd beginnt! Ja, sicher teleporten, oder? Ja, sicher teleporten. Nein, Omen. Lass es. Natürlich nicht. A. Feierst du schon wo auf A? Ob sie schon drauf sind, Kevin? Nee, ich hab nur das Auge gehört. Obwohl die dürften schon drauf sein. Ja, sie ständen. Wenn das schon wieder klein gehittet wird. Ja. Hey, ich hör auf. Pass auf, ich gerade erst gegen den Operator verloren hab. Bei den Omen. Alter, ich hasse Cyphers. Hör auf. Hör auf. Ach, die... Ach, die... Ach. Ach, das hab ich. Ach, das hab ich. Ach, das hab ich. Ach, das hab ich. Natürlich riech ich's nur ab, dass... Ja, ne? Der Cypher steht wieder außerhalb. So ein Scheiß-Germ. Ey. Der Cypher kämmt halt immer die Scheiße raus, alter. Der gammelt immer ganz hinten an deren Kette. So bist du da. Ich glaub ich weiß, was ich mache. Den hat zwei Waffen kaufen, ne? Den hier machen. 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 Kriegst du dir jetzt um eine Marshal hin und noch eine andere Waffe? Ja! Beklein, Kevin. Beklein unterwegs. Beklein unterwegs. E ist Auge. Wo ist Auge? Auf C? Eber Auge, ja. Kommt da was, Kevin, oder prefirest du? Ich prefire nur durch ne Omen Smoke von denen. Da kommt sogar was. Kevin, machst du eigentlich... Ist das letzte Runde bei dir? Ja, ich denke schon. Wir werden... Ja, hör ruhig die Raketenwaffe an. Machst du gut. Machst du gut, Rays. Machst du sehr gut. Ich finde, dass du dein Ultiwasters dafür. Find ich gut. Ja, da ist die Operator, ne? Die sind drauf auf A. Die sind auf A. Die sind auf A. Die sind auf A. Die sind auf A. Warte, Kevin. Oh Gott, Cypher end of short. Das gebe ich mir jetzt aber nicht. Omen und Rays close. Underwood. Ne, nicht schon wieder in Cypher scheiße. Ich mache Auge. Omen links. Omen ist tot, Omen ist tot. Hey, 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 hey. Nicht verkaufen, bitte. Danke. Oh, Cypher hinten links, hinten links. Ein Gegner übrig. Defuse. Komm, defuse, defuse. Das ist ne Schuss. Die hat uns einfach weggemäht, Tobi. Ja, ja. Die hat uns ja komplett weggemäht, beide. Seitenwechsel. Wir spucken euch unser Blut ins Gesicht. Nee. Igert. Spiel ich ausnahmsweise mal CZ beim Pushen? Ehhhhhh. Ehhhhhh. Komm. So, wo gehen wir hin, Schnuckis? Seh, Pushen. Unser Omen Call. Ich hab auch... Smog, du mal Mitte weg. Ich hab eine Smog. Mitte? Vorne oder weiter mittig? Also Richtung, da wo die Sache... Richtung Eingänge. Gibt's denn Call, wie ich die Spike krieg? Nee. Ich hau mal... Ich hau direkt vorne hin, ja, Kevin? Keine Ahnung. Ne, Master HD. Hallo... Kevin? Ja. Warte, warte, warte. Close links. So close dann doch nicht, die Sturm auf der Kiste. Oder eher... Oh, die Wand hat mich gerettet gerade. Die hat mir den Header gebracht. Gegner gesichtet. Ja, die Sage hat halt den Arne gemacht, ne? Danke, dass wir den Follower. Was wirst du? Second mid. Cypher. Spawn. Vielen Dank, Kevin. Die Raid hat 30. Check mit raus. Nice. Leute, von C kommt. Hinten bei Spawn. Rainer. Okay, von unserem Spawn und von deren Spawn. Von uns im Spawn. Nice. Ja, ja. Dann kommt immer ein Spawns. Ein Gegner übrig. Nice. Rainer, Spawn bei uns. Letzter Leben nicht. Ach Tobi, überlass es doch nicht, dass er itch. Warum hätte sie nicht gewartet, dass sie sie... Wie, hat jemand gesehen, was ihr als Timer war auf ihrer Selbstzeigung? Weiß ich scheiße. Danke für den Follower, oder? Huh. Knapp. Hast du wieder was aus der Küche geholt, oder war? War dazu getrieben. Annalena, ich hab jetzt wieder 300 Punkte bekommen durch den Boss. So, jetzt kann ich wieder infizieren. Ha 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 ha. Jaaaa. Jaaaa. Gesnitcht vor allem. So, Ares und Rein da, mir egal. So dürfte es glaube ich jetzt stehen, oder? Wollen wir B gehen? Weiß ich nicht, ich peek halt mit herein. Ich schau mal, ob ich was weiß. Na, das verteilt sich keiner an B, doch. Lass Sage vorgehen, die macht das. Gegner gesichtet. Natürlich findet der an Sage nicht. Auf B, Onspot von A, die Leute. Wir sind auf B, doch. Jupp, die da. Scheiße. Oh, grad noch gesetzt. Rainer ist auf unserem Spawn. Ja, da ist sie. Die ist vom Fenster. Ja. Ja, das ist da glaube ich noch ein bisschen, ehe ich Annalena irgendwo im kritischen Bereich spricht. Wo bleibt der Omen? Die ist weiter rechts, oder? Die ist der Omen. Der war in der Entspawn. Ich hab auch keine Ahnung wo der hin ist, Mann. Der Hälfte? Nee. Doch. I don't know. Oh, ich bin toter Mann. Ich voll die dort. Machst du halt an mir länger zu fahren? Nein. Der war auf C lang. Tobi, willst du mal eine Marschall? Was? Willst du mal eine Marschall? Ah, nix. Ne, ne. Die könnten wir dann eher tauschen. Hat dieses Gefühl für mein Sniper-Tag, aber... Also wenn du so wirklich loswerden willst, Arne. Nein, nein, nein. Du dringst es jetzt auch nicht. Okay. Willst du Arne wieder smoken? Was? Äh, ja. Smoke wieder vorne, genau. Keine Gefangenen. Smoke ich wieder den C-Spot weg. Äh, geht mal 2nd mit C. Was? 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 Ein Gegner ist durchschaum. Schön. Danke, Dieter. Ja, keiner darf. Da wäre ich aber fast hops gegangen. Werden immer noch interessiert, was für besondere Bilder. Ja, ähm... Ich würde sie dir gerne schicken, allerdings habe ich dir eine Nummer nicht. Kannst du mir ja nochmal schicken, dann schicke ich sie dir. Oh, nice way. Nice way auf die Nummer zu fragen. Ja. Aber ich kann Tobi da verstehen. Dass es da ein bisschen Protective ist. Will ich. Ich kriege was ich will. Und da? Genau. Weil ich ja auch so ein hilfloser Spack-Wix. Ich bin zwar Single und ziemlich desperate, aber ich habe immer noch Anstand. Geräusch. Widersacher beseitigt. Wusstet da jemand gerade hüpfen? Ja. Sage hat Auge nebenbei. Erleicht. Wenn er es tut. Cypher ist irgendwo auf A. Och, hängt er da. Hinten. Omen Heaven ist was. Omen Heaven ist was. Habs gesehen. Ah, hinten CT. Ein Gegner übrig. Mann, warum slappt nicht immer jeder mit so nem Head weg, Alter. Oh, das ist Timing, Alter. Sie will unbedingt einen reviven. Sie sind alle über mir, oder? Fuß nicht. Das wäre so ein Waste gewesen gerade, wenn sie denn jetzt noch einen reviven hätte. Ja, ja. Das wäre wirklich wie... Weißt du noch die eine mit der wir... Diese... Eine Sage mit der wir gespielt haben, das war ein Randy, die extra noch wiederbelebt hat nach Runden, entweder damit wir die Waffe nehmen kann. Ja. Ja, der war super. Ja, der war super. Aber die... Heaven? Das ist auch glaube ich nicht funktioniert, Alter. Heaven, ich hol mir Window. Was ist die Window? Ich smoke einfach second mit komplett weg. Okay. Sonst smoke ich ganz normal wieder C, als wenn wir nur C gehen. Oh, der war noch Pfarrer. Apropos, wir könnten hier den Revive gebrauchen. Du bist doch nicht fertig. Stehle die Sicht. Wo gehen wir? Ach du siebzig. Alles gut. Wo ist denn Annalena von für deinem Kumpel? Scheiße. Sage, wieso kannst du denn nie in die Kack Gang abnehmen? Und natürlich pusht sie dann, äh... Pusht sie dann. Pusht sie dann, jawollt. Ja, Junge. I like you. Nee, Sage geht vor. Ich denke mir, okay nice. Die ist in Standby wieder nicht fähig, auch den Gegner zu schießen. Wer kommen unterwegs? Ich glaub, die könnten jetzt Bombe. Ja, kannst nicht viel machen, Kevin. Chill einfach. Mach keinen Lärm. Nicht mal atmen. Was gab's eigentlich heute bei dir zum Essen, Tobi? Ich dachte, wir telefonieren noch nicht mehr. Hätte ich's dir da gesagt. Ist ja die letzte Runde. Aber es gab heute, ähm... Nudeln wieder. Die Nudeln, die ich ähm... Gestern Abend gegessen hab. Die gab's heute noch in den Rest. Noch 30 Sekunden. Habe ich mir warm gemacht. Im Drupf. Die werden mich so safe finden. Die werden mich so safe finden. Stay tuned. Ich denke ja immer noch, dass du für den safe gehst. Nicht, 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 nicht. Ah ja, Bevin. Bevin. Eis. Boah. 10 Sekunden. Hat sich gefunden, ne? Oh. Komm. Hm, also ich weiß nicht, was du hast, Bevin. Ich hab keine Ahnung, was du da jetzt gerade reingeschrieben hast. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Der war gut. Der war gut, Bevin. Dann erscheint irgendeine Wand. Und ich soll irgendwie, äh, vorbeikommen oder so. Keine Ahnung. Darf ich nicht sein. Wall. Oh come. Was? Was machst du? Ein Eis. Wall. Oh come. Was machst du? Eis. Oh come. Ja. Ja. Warte mal. Ja. Warte mal. Warte mal. Ich hab mir noch einen Teil durch die Wand gedrückt. Das hat jetzt weh getan. Ja, eigentlich. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Da draft ich schon. Da draft ich. Ich weiß nicht. Die einer ist dumm gekommen. Die Rayna hatte. Das rafft. Die Rayna hatte. Mir halt eiskalt. Dann hätte er noch durch die Wand gegeben. Als sie euch umgesprüht hat. 6-6. Das wird noch hartes. Bitte tun euch beiden, Anna. Ja. Wir brauchen nur mehr 7 Wings. Nur. Das Battle war zwar in meinem Chef. Aber Adidas. Passt. Sprechst du schon, Annalena? Und wenn du über 2... Ja, die kriegen aufs Maul, Annalena. Kann mir einer hier smoken? Warte mal. Da unten drinnen kann ich machen. Da. Da unten drinnen kann ich smoken. Bad Timing, Alter. Dann wechsel halt nicht auf selbst hier, wenn grad zwei Gegner pushen. Aus allen Hohen. Hä? Junge, Valorant ist Main. Aktuell. Letzte Runde jetzt schon. Ja, heute nicht so lange. Heute wird er kürzer bei uns. Bei Tobi muss los. Ja, da ist dein Ulti dahin Mädchen, ne? Und wo kommt er her? Der Spike liegt. Jetzt runde ich schon. Ja, ja. Letter Versuch, Sage. Hast aber hart verkackt. Ich darf mich damit irgendwie nicht anfreunden. Ich find's besser als CSGO. Ich find's besser als... Was weiß ich. Overwatch. Overwatch ist ein Mission Island aus dem. Ist ganz gut. Es ist überraschend gebalanced, tatsächlich. Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Jetzt kommt er da lang. Nicht mal... Verteidiger gewinne. Na ja. Scheiß runter. Das war nicht so ein gutes Match. Wenn du heute, wo es richtig Spaß macht. Echt mal. Annalena und ich haben richtig schönes Battle Tobi. Und da auch so... Ja dann machen wir dann... Dann mach ich noch ein bisschen... Also zocken jetzt nicht mehr. Aber dann mach ich noch ein bisschen Chat Chatting. Und wir schauen uns irgendwas an oder so. Das Chatting. Das können wir noch machen. Also... Du meinst German TikTok Chris? Ach halt's mal. Warte mal. Wieso stopst mich Flake? Ja ne? Das ist der gewesen. Der Rainbow Boy. Jaaaa. Wo kommt der denn jetzt her? Oder ne? Na ja. War jetzt nicht mehr da. Und mit dieser Herr-Mittäuschung? Nee, ich mach das noch. Bei uns konnte ich ja okay. Oder? Nee, ist nicht mehr da. Ach, na gut. Leute. Schönen Abend. Danke. Danke, danke. Passt rein. Bis morgen. Ja, ich hau rein, ne? Ciao. Ciao, Gutsnecke. Maramamaga. Hiiii.